Wow, war das gruselig Shad! Ich habe so viel Angst! Mann, das hat mich jetzt richtig in Stimmung gebracht. Das Spiel, was wir heute spielen, nennt sich Re-Whale. Ich bin mir gar nicht sicher, wofür die Entwickler bekannt sind, aber es wurde auf jeden Fall gepublished von Daedalic. Und wir kennen Daedalic, Leute. Sie haben Gollum gemacht. Bäh! Dann wird das ja richtig scheiße, das Game sein. Oder? Wir gehen rein, Leute. Es ist auf jeden Fall irgendwie ein Spiel, was irgendwie auf dem Jahrmarkt stattfindet mit so Clowns und Schaukelpferden. Uuuuh, Spoopi! Soll aber ganz nett sein. Ist auch ein bisschen größer. Werden wahrscheinlich ein bisschen brauchen, bis wir es durchspielen. Also ja. Hat mir schon länger nicht mehr gehabt dann am Freitag. Ja, mein größeres Spielspiel. Nicht in so 20-Minuten-Games, die ich dann wieder refunde. Bisschen was Größeres, ja. Und Vincencio, dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. Zack, direkt Publishing-Abteil auch geschlossen. Das kam auch jetzt vor zwei Wochen oder so raus und ich hab das schon mal vor zwei Wochen in einem Streamplan eingetragen, dass ich es dort streamen wollte. Aber irgendwas kam dazwischen und dann hab ich's verschoben. Und ja, heute machen wir's dann endlich. Ein sehr kleiner Prozentsatz an Personen kann, ja, Epilepsie, Leute. Na, ihr wisst Bescheid. Vorsicht. Ihr seid hier auf Twitch. Ich hab ja noch Steam offen, ne? Revale. Okay, sieht so aus, als wären die jetzt nicht unbedingt für Horrorspiele bekannt. Der Entwickler. Schein nicht unbedingt für Horror bekannt zu sein. Okay. Ja, mal schauen, was das wird, Chad. Äh, boah. Boah. Schon so früh muss ich mich für etwas entscheiden. Boah. Ich glaub, ich nehm, ich glaub, ich nehm zwei, zwei. Ja, ich glaub, ich nehm, obwohl. Oh, drei ist eigentlich auch nice, ne? Komm, ich nehm drei. Ich nehm drei. Ähm. Ähm, Textsprache-Deutsch, ähm. Automatisches Text-Overlay. Was heißt das? Ist das ein anderer Begriff für Untertitel, Chad? Automatisches Text-Overlay. Ich lass es mal standardmäßig aus. Ähm. Bloom-Bewegungsschärfe. Niedrig. Screen-Space-Ambient-Occlusion. Okay. Let's go! Was sind das für Fachbegriffe? Ich hab keine Ahnung. Da ist schon der Clown. Das ist irgendwie das Maskottchen des Spiels oder so. Nee, ist nicht Poppy. Azi-Fazi! Ich mag Azi-Fazi. Okay. Menschen, die den dritten Speicherslot nehmen, statt den ersten, machen mir irgendwie Angst. Ja, wir sind heute auch hier an einem Freitag. Das ist unser Horror-Freitag. Wow! Wow, hab ich mich erschreckt. Geisterbahn. Nein! Nein! Scheiße! Ey! Auge! Bingo! Ich liebe Geisterbahn in Freizeitparks. Ich hatte immer Angst vor Geisterbahn. Ja, als ich noch ein kleines Kind war und wir dann mit der Familie da waren, in Freizeitparks, dann durfte ich da nie rein. Weil, ähm, das ist ja von Dämonen und so. Wow, what a strange dream. My head hurts. I need to get this headache under control. Dicker! Dicker! Müssen wir jetzt wirklich mit so einem kleinen Untertitel spielen? Zum Glück habe ich die Brille heute an. Ich kann leider nicht großstellen. Ist jetzt für Handy-Zuschauer ein bisschen doof. Ja, da war Untertitel, ganz klein. Noch kleiner als gerade das da unten. Ein Spiel von Pixelsplit. Noch kleiner als das. Das war sehr klein. Das war Witcher 3 klein. Okay, ich kann meinen Kopf 360 Grad drehen. Ich kann nicht aufstehen. Ich habe keinen Körper. Ich bin ein Geist. Verdammt! Ist mein Game schon bugged? Ich kann nicht aufstehen. Hätte ich nicht Pause drücken? Habe ich das Spiel jetzt gebugged? Okay, ich muss dir die Pillen anschauen. Acetaminophen. Strong. Chat, was ist das? Kennt jemand die Tabletten? Acetaminophen. Maybe Martha and Dory are still up. Petronax, danke schön. Für 17 Monate, vielen Dank. Is used to relieve mild to moderate pain from headaches, muscle aches, menstrual periods, colds and sore throats. Okay, also Schmerzmittel einfach. Stand auch in Klammern stark. Ja, also Handy-User, ihr müsst jetzt leider Englisch lernen. Ich kann bei langen Dialogen gerne zusammenfassen, aber ja. Oder ihr müsst jedes Mal das Handy ganz nah ans Gesicht halten. Wenn die reden. Okay, das ist ein Rätsel, Leute. Ich muss das Figurin in erst. Warte. Ich glaube, das war Teil der alten Musikbox. Oh, there's the key. Schlafzahlschlüsse. Schlafzahlschlüsse. Herr und Frau Bruce Lommington wären geehrt, sie auf der Hochzeit ihrer Tochter begrüßen zu dürfen. Jennifer Leslie und Oliver Greaves, Sohn von Herr und Frau James Greaves. Am 20. März 1981 um 17.30 Uhr nachmittags. St. Mary's Church. Okay, dann haben wir so ein bisschen jetzt die Einordnung, in welchem Jahrtausend er spielt. Oder Jahrzehnt. Das ist so ein Ring? We have to always forget to put it on. Das ist ein Wedding Ring? Two souls with but a single thought. Okay. Ich habe ein Collectible gefunden. Yo, ciao Paul. Viel Erfolg. Ekelhaft, diese liebenden Menschen, ne? We used to read together. I wish we still had the time. Der Lieferant in Gelb, Edgar Paul. Was denke ich über dieses Buch? Guter Erzählbogen? Fand die Beziehung toll? Die Schwierigkeiten und... Hat sich gerade links das Bild bewegt? Oh, meine Kamera ist davor. Fand die Beziehung toll? Die Schwierigkeiten und wie sie überstanden. Wie sie sie überstanden haben. Bin eingetaucht und fand den Endkampf spannend. Walter hätte das Buch gefallen. Meine Fragen für den nächsten Buchclub. Wenn du das Buch verfilmen würdest, wie würdest du die Rollen besetzen? Okay. Ich wollte schon gerade sagen, ist der irgendwie Buchreviewer oder so. Arbeitet bei irgendeinem Magazin und muss dort irgendwie so Bücher bewerten. Aber okay. Scheint wohl in einem Buchclub zu sein. Du hast noch gar nichts verpasst. Wir haben gerade das Spiel erst angefangen. Und ich bin aufgewacht. I wish we could find the time and money to travel. Sonnige Grüße aus Tampa, Florida. Mache Urlaub in Tampa. Es ist super sonnig. Es ist richtig gut hier. Werde noch länger bleiben. Hoffe dir geht's gut, Digga. Please, liebe Grüße an Walter. Henry. Okay. Von Henry an Martha. Und Martha ist, denke ich, die Ehefrau von dem Protagonisten, den wir spielen. Sprich, der Protagonist, den wir spielen, heißt Walter. Boah. Fallfett. Diese Connections. Habt ihr das gesehen? Krass, oder? Krass. Genau. Walter White. Oh, er arbeitet dort vielleicht im Zirkus. Keks. Legende. Dankeschön. Für 49 Monate. Ich mag krasse Sachen. Ey, ich auch. Wie zum Beispiel deinen krassen Prime-Sub. To-do-Liste. Mitteilung für Elternabend. Dory. Einkaufen. Abendbrot machen. Dory mit den Hausabgaben helfen. Training mit Dory für die nächste Show. Neues Buch für den Buchclub lesen. Neue Farbe und Pinsel kaufen. Müll rausbringen. Dorys Klassenlehrerin Mrs. Hernandez anrufen. Dory den Abwesenheitsbrief für ihren Schulausflug geben. Abwaschen. Variate wegen der Show. Nächste Woche anrufen. Okay. Wir haben ein Kind, Chad. Hm. Doesn't seem to work. Die gute Dory. Und die scheint wohl auch ein Teil des Zirkus zu sein. Also wir spielen, denke ich mal, hier so eine Zirkusfamilie. Hier gibt's halt noch eine Tür? Wo gab's denn hier eine Tür? Hä? Hier gab's sogar keine Tür. Das klingt schon mal nach Horror. Ja man, Familie klingt schon Horror, ne? Äh, ich hab ne Frau und Kinder. Bäh. Hä? Es gibt doch nur die eine Tür. Chad, bin ich blind? Wo soll ich denn hier Martha und Dory finden? Das ist nur ein Raum. Oder ich muss Hinweise finden für Martha und Dory. Wo die dann irgendwie geschrieben haben. Keine Ahnung. Yo. Äh. Hi. Ich bin Martha. Und ich bin Dory. Zusammen sind wir Martha und Dory. Und wir sind nicht zu Hause. Such uns. Unterm Bett. Martha. Dory. Ich kann mich auch nicht ducken. Ich hab keinen anderen Weg. I can't see a thing. What time is it? Die Bude ist voll cozy. Ich glaub, das ist keine Bude. Ich glaub, das ist... Irgendwie ein sehr großer Wohnwagen oder so. Oder so ein Container oder so. Weil das ist ja so eine Zirkusfamilie. Die müssen wahrscheinlich das Ding immer hin und her fahren. Für einen Wohnwagen ist das ein bisschen zu groß, ne? Und für einen Container eigentlich auch. Ja, ich hab einen Schlüssel bekommen. Aber wenn ich hier halt raus will, sagt er... Ah, lol. Jetzt geht's doch. Okay. Wow. Erwachen. Ich hab halt vorhin die Tür angeklickt. Und dann hat er gesagt, ich muss erst Martha und Dory finden. Aber er meinte wahrscheinlich damit, ähm... Hier drin finde ich jetzt Martha und Dory. Ja, okay. Das ist jetzt vielleicht kein Wohnwagen mehr, okay? Das ist jetzt vielleicht kein Wohnwagen. Dates without calls. Elefant. Hat ein bisschen was von P.T. hier gerade, ne? Dieser Gang. Someone left the record player on. Down the hill and up the well we will. Go. DMCA? Alter Flyer. Nelson Bros. Martha und Dory. Oh, da sind sie. Mother and Daughter. The world famous Mother and Daughter. In series of most difficult... Poppachipow. Mal first... Together with Dory. Aha. Unsere Frau und unser Kind scheinen wohl sehr, sehr talentiert zu sein. Lakeside Elementary School, Youngtown, Ohio. 20. April 81. Sehr geehrte Familie Thompson, hier ist Dories Klassenlehrerin Mrs. Hernandez. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Dory im Unterricht nicht mehr zuhört und sehr oft ihre Ausaufgaben vergisst. Auch in Ihren Tests schneidet sie immer schlechter ab. Ich würde Sie daher gerne zu einem Treffen einladen. An diesem Donnerstag, den 23. April. In Raum, okay? Bitte lassen Sie mich wissen, ob Ihnen das Datum zusagt. Sie können mich unter folgender Nummer erreichen. Ich würde sagen, ob Ihnen das Datum nicht mehr zuhört und zuhört und zuhört und zuhört und zuhört und zuhört. Dass er seine Familie umgebracht hat oder so, weil er ein kranker Typ ist oder so und ein Alkoholiker. Grand Canyon. Grand Canyon, Arizona. Hallo Dory. Ich war im Grand Canyon mit meiner Familie. Es war super. Komm bei mich bald besuchen, Mary. Eine Freundin von Dory. Normale Alkoholikersachen, ja? Jetzt wirklich. Wirklich. Mein Auto heißt Dory. Wieso hat dein Auto einen scheiß Namen? Dory und Martha. Where are they? Ach, da sind sie beide. Where are they? Seht ihr? Der sucht die. Der ist gerade besoffen eigentlich. Martha really likes them. Wir haben verschiedene Tastes. Das sind hübsche Bilder. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Virus, aber ist auch ganz hübsch. Die Scheibe von dem Portrait ist nur irgendwie ein bisschen dreckig. Ich vermute mal, Martha ist dead und Dory dömpelt irgendwo mit einem fremden Typen im Meer herum auf der Suche nach seinem Sohn. Martha ist wirklich dead. Ein gutes Spiel, Martha ist dead. Geburtstagsparty, feiere mit uns. Mary wird sieben, Samstag, 6. Juni, bla bla bla, bla bla, viel Kuchen, viel Spaß. Lass uns wissen, ob du kommen kannst. Handgeschrieben. Dory freut sich sehr über die Einladung, aber leider kann sie nicht kommen, weil wir an diesem Tag eine Circus-Show haben. Vielen Dank für die Einladung. Martha Thompson, Dorys Mutter. Kanye West einfach. Grüße aus Kanye West, Florida. Liebe Martha, Grüße von der Ostküste. Wir verbringen einen wundervollen Urlaub auf dem Campingplatz. Das Wetter ist fantastisch. Wir können uns kaum erwarten, morgens auszustehen, um dann in den Strand zu gehen. Hoffentlich habt ihr eine schöne Zeit. Ich so, ich so. Wer schreibt denn bitte auf einer Postkarte ein? Haha. Hallo, Sio Anubis. Ich bin also dein Lieblings-Streamer. Hast du nicht gesagt. Ich würde da auch LOL schreiben. Ja, LOL geht, aber... LOL gab's noch nicht der 86. Das stimmt. Dory. Dory Dorison? Doranson. So nenn ich meine Tochter immer. Sie ist cool damit. Sie findet das lustig. Sprachunterricht, Grammatikhausaufgaben, Klassenlehrerin Mrs. Hernandez. Füge ein S an jedem Namen hinzu, um Zugehörigkeit zu zeigen. Das ist Stift. Wo ist Futter? Glas ist zerbrochen. Wo ist Lisas Jacke? Ich habe Spielzeug. Darf ich? Darf Buch haben? Achso, da soll jetzt immer reinkommen. Das ist Bens Stift. Wo ist Katzes Futter? Wo ist Mamas Glas? Mamas Glas ist zerbrochen. Wo ist Lisas Jacke? Ich habe Simons Spielzeug. Darf ich Ediths Buch schreiben? Schreibe jedes Wort in die jeweils dazu passende Box. Tag gehen, runter kommen, machen. Wo ist Katzes Futter? Der Circus saw quite a lot of America. Neff! Versagerin hast du geboren. Füge das korrekte Wort aus der Auswahl in den unten stehenden Satz ein. Setze dein Wissen und dein Lernen halt richtig ein. Du hast 20 Minuten. Du reitest ein Pferd. Du genießt die Sonne. Du schneidest mit einem Messer. Du siehst mit deinen Augen. Du riechst mit deiner Nase. Du läutest eine Glocke. Du hörst Musik. Du tanzt ein Spiel. Du magst singst tanzen. Du singst Lieder. Eine Runde spielen? Wo ist die Kugel? Da ist keine Kugel drin. Okay, ähm. Ich glaube, Mr. Giraffe ist tot. Ich glaube, sie mag Mr. Giraffe nicht. Sie mag auch nicht Mr. Bird. Hey, Herr Piccato. Ich schreibe auch, haha, aber doch nicht nur einen Brief, oder? It's locked? Ach so, das ist ein Mechanismus. Daddy solved the puzzle. Papa, löse das Rätsel. Okay. Er kann das Ding nicht aufbrechen. Das gehört seiner Tochter. Die will das doch nicht kaputt machen. Jetzt brauchen wir noch Geld. Also hier ist so ein Elefant, die auf dem Bild gezeichnet. Da ist Elefant. Und dann Schatzkiste. Was ist die Schatzkiste? Schlucki, schluck. Dori ist der Antichrist, Alter. Das wäre cool. Das wäre einfach cool. Also ich sehe hier auf jeden Fall, ich sehe den Elefant. Ich sehe den Clown. Aber ich sehe die Truppe, die Truhe, die Pferde nicht. Und ich weiß nicht, was das da darstellen soll. Ach, das ist das Labyrinth wahrscheinlich, ne? Da ist halt der Clown. Ich denke, es soll sein, dass es kriegt. Aber Dori und ich lieben Clowns. Oh, das ist sowas wie dieser Krokodok. Krokodil. Wo du die Zähne so runterklappen musst. Nur mit einem Clown. I need to open his mouth first. Digger, mach doch einfach auf. He's missing some teeth. Okay, wir müssen Zähne suchen. Truhe ist unter dem Tisch? Ne, da ist keine Truhe. Ach, auf dem Tisch. Hier meinst du, die hier. Ich bin dumm. Da ist ein Penny. Nice. Ja, echte Menschenzähne suchen wir. Die muss er sich aber gleich, der findet gleich in dem Buch, findet er gleich eine Zange. Und dann muss er sich selbst die Zähne mit dieser Zange rausreißen. Sie fokussiert so much on her Shows. It really had an impact on her Grades. Mhm. Ich hab mein Geld verloren. Ich wurde gescammt von meiner Tochter. Meine Tochter hat mich gescammt. Wie starte ich das Ding jetzt? Wie starte ich das Ding jetzt? Ich brauche halt die Kugeln. Wahrscheinlich, dass die dann oben irgendwie starten? Oh, hier ist noch was. Ah, okay, so. Nein, können wir nochmal schnell zurück? Weg. Oh Mann. Wir hätten eine Gamba machen können. Kann ich nochmal neu machen für eine Gamba? Ich glaub nicht. Okay, Murmel. Ich kann nur die Blaue mitnehmen. Scheiße, Leute, wir können nicht nochmal machen. Mann. Spiel neu starten? Okay, aber jetzt wisst ihr, dass Blau gewinnt, ne? Wahrscheinlich jedes Mal immer Blau. Äh, was mache ich jetzt mit der Blauen Murmel? Achso, wahrscheinlich hier rein, ne? Jetzt können wir es spielen. Nein! So knapp. Ich bin echt weit gekommen. Und jetzt werde ich nie wieder so weit kommen. Okay, es klappt, es klappt. Ja, easy. Easy. Jetzt die Bruchstelle. Uah! Zack, zack. Und Schlüssel. Meister des Labyrinths. Das sind Zähne. Ach du Scheiße. Das sind die Zähne seiner Tochter. Okay. Okay, welchen nehme ich jetzt? Ich gehe in den in der Mitte. Okay. Welchen nehme ich als nächstes? Okay, Klopo. Sag mir welchen. Also von ganz hinten ist eins und dann durch. Gib mir eine Zahl. Klopo, gib mir eine Zahl. Ich habe dieses Spiel schon als Kind gehasst. Sechs. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Okay, hast du Glück gehabt. Okay. Drunken Annie, gib mir mal eine Zahl. Du bist dran. Gib mir eine Zahl, Drunken Annie. Komm. Komm, gib mir eine Zahl. Eine Drei. Okay. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Der, der verkackt, wird gebannt. Genau. Deshalb, Tyler. Tyler, welche Zahl? Welche Zahl, Tyler? Eins. Oh, okay, okay. Sie boter, sie boter, sie boter. Gib mir eine Zahl. Zwei. Okay. Das ist der, ihr ne? Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay. Ui, 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 ui. Bum, go. Bum, go. Gib mir eine Zahl. Bum, go. Bum, go. Gib mir eine Zahl. Die vier. Okay. Oh, 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 oh. Fünf, sechs, sieben. Wir haben noch, äh, fünf, sechs, sieben. Sieben und acht haben wir noch. Wir haben noch sieben und acht. Okay. Sieben und acht haben wir. Okay, Grau, gib mir eine Zahl. Grau, gib mir eine Zahl. Sieben und acht. Grau, gib mir eine Sieben. Oh, oh, oh. Ja, jetzt haben wir noch einen Zahn. Wer möchte die acht? Wer möchte gebannt werden? Ah! Ah! Und jetzt? Ach, so nach oben. Habt ihr Glück gehabt, keiner wird gebannt. Ihr habt bis zur letzten Zahl überstanden. Bis zum letzten Zahn. Wenn I get this book, Dory H7. Ihren Papa zeichnet sie schon ein bisschen creepy, oder? Da war mal irgendwie ein Tier. Okay. Der Bär verliert seinen Kopf. Papa und Mama streiten. Papa und Mama streiten. Kinder sind so grundlos geruselig. Wenn ihr ein Kind habt, wenn ihr ein Kind habt und der wird sowas malen, würde ich zum Arzt gehen? Oder ist es noch okay? Okay. Okay, jetzt würde ich vielleicht zum Arzt gehen. Ja. Also... Oder zum Exorzismus. Nö, ich male sowas. Ja, aber du bist keine sieben Jahre alt. Da ist Pikachu. Da ist Pikachu. Pikachu stirbt. Okay. Irgendwas stimmt mit Dory so gar nicht. Ich glaube, die ist nicht in der Schule schlecht wegen den Auftritten. Ich glaube, die ist in der Schule schlecht, weil irgendwas... Irgendwas... Böses, Paranormales in ihren Körper eingedrungen ist oder so. Irgendein Dämon. Oh, oh, lol. Meine Tochter hat ihre Wand verloren. Was ist passiert? Das muss noch ein anderer Traum sein. Aber das, was wir jetzt im Buch gesehen haben, das werden wir jetzt im Spiel erleben. Wir sind jetzt in dieses Buch quasi eingesaugt worden. Ganz am Anfang eines der ersten Bilder war der Zirkus. Wir sind jetzt in das Buch eingesaugt worden. Mommy, Daddy, I found a really, really big fly. Sweetie, that's called a dragonfly. Oh, be careful. They can breathe fire. Und eines der letzten Seiten war, dass er tot auf dem Boden liegt. Mit einem zersplatterten Kopf. Ich glaube, Walter wird sterben. Dory, was machst du hier? Erinnert mich an Slenderman, The Eight Pages. Digga, es ist einfach ein Wald mit einer Straße. Sagst du das bei jedem, bei jeder Straße im Wald? Ja, ich kann ihn in den Wald gar nicht mehr deswegen. Oh, das ist Agathas Karte. Sie ist gute Freunde mit Martha. Agatha. Agatha, The Fortune Teller. Und in Slenderman gab es keine Berge. Nein, hör auf zu lügen. War sie gerade da? Ich könnte schwören, sie stand da gerade. Games sieht ziemlich hell aus für einen Freitag, ja. Manchmal ist nicht unbedingt das Dunkle das, wovor man Angst haben sollte. Weißt du, wenn du nur im Dunkeln Angst haben musst, dann hast du ja knapp zwölf Stunden, manchmal sogar auch mehr am Tag, wo du keine Angst haben musst. Aber, wenn du auch am Tag Angst haben musst, das ist der wahre Horror. Doch, krieg ich. Du kannst dich freuen, dass ich meine Pistole nicht dabei habe. Ich neige dazu, meine Kinder aus Versehen in den Kopf zu schießen aus Reflex. Oh, hier. Geld! Du auch, ja. Sicherung im Backstage-Zelt aktivieren, bevor Gäste ankommen. Offroad-Racing-Anleitung. Münze in den Schlitz werfen und das Spiel starten. Wenn das Motorrad ein Hindernis trifft, ist das Spiel vorbei. Erziele 1000 Punkte, um meine Marke zu halten. Ah, nicht noch mehr Minispiele. Ich hab schon die letzten Tage ganz viele Minispiele wegen Final Fantasy VII. Noch mehr Minispiele, komm schon, let's go. Ratte! Die ist echt komisch gelaufen. Ich kann aber nicht spielen. Ich kann keine Münze reinwerfen. Cool, die essen einfach. Esst die auch manchmal, Chad? Ratten oder generell? Beides. Erinnerung bezüglich jüngster Vorkommnisse. Sehr instabiles System. Den Einweisungen strikt folgen. Keine Fehler. Überspannung lässt alle Sicherungen durchbrennen. Eine Sicherung nach der anderen einschalten. Und dann kann ich den Einweisungen nach der anderen einschalten. Und dann kann ich den Einweisungen nach der anderen einschalten. Und dann kann ich den Einweisungen nach der anderen einschalten. Und dann kann ich den Einweisungen nach der anderen einschalten. Und dann kann ich den Einweisungen nach der anderen einschalten. Und dann kann ich den Einweisungen nach der anderen einschalten. Und dann kann ich den Einweisungen nach der anderen einschalten. Und dann kann ich den Einweisungen nach der anderen einschalten. Und dann kann ich den Einweisungen nach der anderen einschalten. Und dann kann ich den Einweisungen nach der anderen einschalten. Und dann kann ich den Einweisungen nach der anderen einschalten. Eins, ach so, da geht ein Pfeil weg. Vier. Drei. Ey, was? Ey, ich bin dumm. Danach kommt die sieben. Sieben. Und dann gibt es einmal die, danach kommen wahrscheinlich die zwei, weil bei der drei ist durchgestrichen und bei der anderen ist Do Not Switch. Danach kommt die fünf. Und dann haben wir nur noch die drei. Got it. Got it. I am Sohan. I can see your future. Come, see you too. I just need a token of appreciation. Ich hab keins. Ah, so funktioniert das mit dem Verlieren von Sachen. A long drive over the hill will surely be of help. When you arrive, all doors will be open to you. Oh wow, that's really helpful, Sohan. Well, let's see what the future has in store for me. Wir sind jetzt über einen Berg oder so. Maybe it helps to believe in it. Ich will das lesen. Okay, ist einfach nur das, was er gesagt hat nochmal. Ey, habe gerade den Herzinfarkt meines Lebens bekommen. Wir haben einen kleinen Vorgarten, wo man auch über eine Tür zu unserer Wohnung kommt. Plötzlich schlägt mein Hund an und ich höre es klopfen. Bin voll zittrig zur Balkontür gegangen. Da war es mein Kumpel, der ein Geschenk vorbeibringt. Er wollte uns überraschen. Ja, zum Glück leben wir nicht in Amerika, Alter. Sonst hätte er schon, hätte er schon Eisen zwischen den Augen gehabt. Sometimes Dory versucht, ein bisschen Arbeit zu treffen, aber normalerweise nicht für lange. Hm, warum hat jemand das hier abgeführt? Are these mine? Kings Eyes! Wieso ist da so eine komische, wieso ist die in der Kippe so mit einem Gummiband seitlich dran? Okay, Sammelobjekt! Wir machen 100 Prozent! Let's go! Und was war die Überraschung? Was hat er geschenkt? Warte, lass mich raten, lass mich raten. Ähm... Ich sag... Er hat dir ein neues Auto geschenkt. Martha preparest hier für das Show. Wieso sind hier so viele Schubladen und Schränke einfach mit Tape zugeklebt? Und hey, Kitty, was geht ab? Das ging vorher noch nicht, oder? Kann ich einsteigen? Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert. Bei solchen, äh, solchen Karussellen und Horrorspiele habe ich immer, habe ich immer, die beschissene Erinnerungen an Silent Hill. Dieser scheiß Bosskampf. Ich wundere mich, ob ich es noch nicht bekomme. Aus der Ordnung. So, wo ist das kleine Kind hingelaufen? Da rein, ne? Ich finde Sammelobjekte immer ganz schlimm. Dadurch suche ich jeden Raum immer 20 Mal und versau mir so den Spielspaß. Ich muss es finden. Ja, du musst es ja an sich nicht. Also, die Sammelobjekte, die ich jetzt gefunden habe, haben jetzt nicht wirklich irgendwas zu beigetragen. Ich habe gerade Zigaretten gefunden. Wow. Und er sagt, oh, das sind meine Zigaretten. Fertig. Diese Ratten überall hier. Und Lone Wolf, Dankeschön, für 29 Monate. Ja, wir müssen so einen Token suchen. Dann kann ich meiner Tochter weiter folgen. Es ist bestimmt auf einem der Pferde liegt es. Worum es geht, ist noch nicht so viel passiert. Wir haben gerade jetzt angefangen. Ich war immer ziemlich gut an diesem. Wir spielen einen Vater. Ich glaube, einen Vater. Der könnte vielleicht der Zirkusdirektor sein von einem Zirkus. Hat eine Frau und eine Tochter, die auch hier arbeiten im Zirkus. Und der ist aufgewacht mit Kopfschmerzen und sucht jetzt nach seiner Frau und Tochter. Und dann war er im Kinderzimmer von seiner Tochter. Und plötzlich fehlt da eine Wand. Und er denkt, er träumt jetzt. Wo habe ich das übersehen? Die Medikamente am Anfang wurden geswitcht und wir haben einen Drogentipp-Predikte. Nee. Also ich glaube, seine Tochter ist besessen von dem bösen Zirkus-Dämon. Und der böse Zirkus-Dämon ist in ihrem Buch gefangen. Und jetzt hat das Buch den Vater da reingezogen. Und wir sind jetzt in diesem Buch. Und wir müssen jetzt unsere Tochter von diesem Dämon befreien. Hey, ich habe irgendwo was übersehen. Der Klassiker. Die typische Horrorspiel-Erfahrung. Yo, Michi... Michi... A-K-Katsuya. Viel Spaß und ciao, ciao. Ich glaube, wir waren mit der Zange interagieren. Nee, oder? Ich dachte auch kurz, ich kann damit interagieren. Dann habe ich nochmal drauf geäumt und ich konnte nicht mit der damit interagieren. Nee, siehst du? Kann ich nicht. Oder meinst du die andere Zange? Die, den, den Seitenschneider. Meinst du den Seitenschneider? Nee, geht auch nicht. Da haben wir schon rausgeholt. Da kann ich keine Münze rein? Oh, Moment. Jetzt geht's doch. Jetzt geht's doch. Ah, jetzt geht's Schluss. Let's gooooo! D-dea, 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 d-dea. D-dea, 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 d-dea-d-dee, d-dea, d-dea, d-dea... Oh, d-dea! Die, die, die. Okay, noch mal. Ja, ich bin kurz abgerutscht mit meinem Finger, okay? Ich brauch 1000 Punkte, ne? He he! Wow! Wow! Ich darf nicht in den Chat gucken, es wird jetzt schnell. Nicht in den Chat gucken. Hier gibt's bestimmt nur so'n dummes Achievement, oder? Mehr gibt's hier doch nicht, oder? Komm on! Never wollen die das von mir, dass ich das schaffe. Hey, was? Ich hab zu früh losgelassen. Das kann nicht so schwierig sein. Da steht auch, bei 1000 kriege ich einen Token. Wir brauchen hier einen Token, für den Eingang. ... Okay, jetzt wieder fokussiert, jetzt schnell. Nicht in den Chat gucken. Auch nicht mit einem Auge. Go, 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 go. Go, 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 go. Keine Gefangenen, schnell. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Zack, zack, zack. Ja, da habe ich es. Okay, wie weit komme ich? Wie weit komme ich? Rekord, Highscore. Let's go. Oh, für den Highscore. Ihr müsst jetzt alle euch das Spiel kaufen, runterladen und bis hierhin spielen. Und meinen Highscore toppen. Let's go. Die Challenge dabei ist, ihr habt nur zwei Stunden Zeit. Innerhalb von zwei Stunden könnt ihr das Spiel wieder refunden. Das ist die Challenge. Ihr habt nur zwei Stunden Zeit. Es gibt schon einen Achievement bei 9999 Punkten. König des Hügels, es gibt ein Achievement. Mach auf den Scheiß. Ist das Blut? Dory? Dory? Geht's dir gut? Oh, das ist, glaube ich, irgendein inneres Organ. Das Innere eines Organs, nicht irgendein inneres Organ. Ist das ein Circus-Simulator, oder ist das auch Substanz? Der Kritiker einfach. Willkommen zu der Funhaus. Oh, Dory hat mich hier immer immer durchgebracht. Ich glaube, sie mag wirklich, mich zu spüren. Es dreht sich zu schneell. Es dreht sich zu schneell. Okay, jetzt wird Leia Sophia gelandet. Der hat mir eingeschissen. Ey. Ist ja wirklich Leia Sophia. Collectible. Sieht aus wie der Clown des Circus. Was war sein Name? Nersen. Das ist einer der Nersen-Brüder. Ich habe dir vor fünf Minuten erklärt, worum es dir geht, Kit. Ich bin auf deine Frage eingegangen. Du musst mir zuhören. Dory, genug playing around. Boah, das ist wirklich mit diesem Licht auch noch und mit diesem Nebel. Wart ihr mal, Movie Park Germany zu Halloween? Das ist super funny. Das habe ich gerade gesagt, echt? Das ist super funny. Müsst ihr mal machen. Müsst ihr mal machen. Da bauen die alles so ein bisschen um. Den ganzen Movie Park. Also der Movie Park an sich ist jetzt nicht so krass spannend. Die Achterbahnen, die es dort gibt, sind okay. Gibt es jetzt nicht so viel krass. Ist jetzt kein Phantasialand oder so, Digga. Ist aber ganz nett so. Und habe keinen Movie Park. Ja, den gibt es nur einmal in Deutschland. Das ist ein Bottrop. Der ist hier in NRW. Und die bauen den immer so im Oktober um zu so einem Horror-Ding. Dass ab 18 Uhr die Musik sich so verändert und ganz viele Monster so rauskommen und dort so ganz viel Cosplay-Monster rumlaufen. Und dann gibt es aber so extra so umgebaute Gebiete und Gebäude, wo vorher dann irgendwas anderes drin ist oder so. Normalerweise ist das immer so eine Schokofabrik. Und plötzlich in der Schokofabrik ist dann irgendwie so ein Sanatorium oder so, wo du dann so zu Fuß durchgehen musst. Und das ist dann immer so ultra neblig da drin. Du siehst halt gar nichts. Und dann ist da auch meist irgendwie laute Musik oder so. Und dann sind da irgendwelche Schauspieler, die dann gerade irgendwie an jemanden rumschneiden oder so und rumschreien. Sind irgendwie angekettet oder so und versuchen, dich anzugreifen. Nicht irgendwie so Puppen, sondern echte Menschen. Und dann ist es teilweise so dichter Nebel, dass du gar nichts siehst. Und du gehst einfach nur und versuchst irgendwas zu sehen. Und da steht auf einmal vor dir so jemand. Einfach so vor dir. Mit seinem komischen, abgefuckten Cosplay, Alter. Da war Dory. Ist schon sehr funny. Ja, Hamburger Dungeon soll ja auch ganz cool sein. Da war ich aber auch noch nie. Ich kenn das halt nur vom Moviepark. Eyeball Lady. Okay. Coole Attraktion, I guess. Sie hat ein Auge. Der Spin Doktor. Master of Escape. Sicher, dass das nur Schauspieler sind? Ja. Hab ich gefragt. Bevor Ice Edge abgerissen wurde, gab es da ein Maze, wo die Taschenlampe ausgegangen ist, bevor man durch einen dunklen Tunnel musste. Haben uns so eingeschissen, als da jemand rauskam. Stark. Die. Chillig. Dory, I'm serious, that's enough. Horror Nights vom Europapark. Europapark hat auch sowas so Halloween-mäßiges. Shit. Fuck, very kill. Escape-Typ, einäugige Frau oder der Spin Doktor? Okay, warte. Wir gehen nochmal zurück. Wo kam ich her? Fuck, wir können das Spiel nicht spielen. Fuck. Fuck. Im ganzen Park rennen verkleidete Freaks from. Ja, genau so ist es auch im Movie-Park. Optische Täuschung, Digger. Wait, where did I go? Nee, ist halt wirklich Leia Sophia einfach. Aber das haben auch viele in den Kommentaren, äh, in den Reviews geschrieben. Dass es einfach Leia Sophia ist. Okay, das ist ein cooler Raum. Der sieht sehr nice aus. Oh, das ist nur eine angemalte Tür. Oh. Nice. Please, wait, Dory. A train? Dory's train? Oh, but wasn't it? Ich weiß, wie man sie te metten, Taggart, oder? Ich weiß nicht, wie man sie mit dir in den Motor ist. Ich weiß nicht, wie alles nicht in den Motor ist. Okay. Was war eigentlich euer gruseligstes Ereignis bis jetzt im Allgemeinen? Ich weiß auf jeden Fall das gruseligste Ereignis von Escaped, was er jemals hatte. Okay, angekommen. Als Grau random in den Chat geschrieben hatte, ich wohne nur 800 Metern von dir entfernt. Ich kann mir vorstellen, das war ein sehr gruseliger Moment für ihn. Geo-Cajun in der alten Kaserne, und da mussten wir noch runter in den scheißdunkeln Keller. Das klingt stark. Weil du vielleicht hier arbeitest? Wir hatten Uja-Bread. Und? Wer hat mit euch gesprochen? Okay, let's go, Chat. Das gruseligste, was ich hatte mal, ist ein Prank von einem Freund gewesen, der mir einen Zettel in den Briefkasten reingeworfen hat. Wo drin stand, ich weiß, wo du wohnst. Und das gruselige On-Top an der ganzen Sache ist, dass er genau zu dem Zeitpunkt diesen Zettel da reingeworfen hat, als irgendjemand, wohl innerhalb der letzten Tage oder so, also zwischen dem Tag, wo er das reingeworfen hat, und dem Tag, wo das passiert ist, äh, wo ich den Papierkorb, äh, Briefkasten gelehrt habe, dass in der Zwischenzeit irgendein Besoffener oder sonst was, irgendein Kekko durch die Straße gelaufen ist und sein angebissenes Stück Pizza in meinen Briefkasten geworfen hat. Und ihr müsst euch dieses scheiß Bild vorstellen. Ich mach den Briefkasten auf, da liegt ein abgebissenes Stück Pizza und ein Zettel, ich weiß, dass du hier wohnst. Hey, Guys. Ich geh dir mal, ne? Ich geh, ich geh dann mal, okay? Okay. Das ist ja wirklich, als würden wir gerade so ein, ähm, Geisterhaus, so ein Freizeitpark durchlaufen, oder? Jemand hat sich verliebt in einen besonderen Ort? An einen besonderen Platz, Ort? Okay. Ein healthy daughter, die, nee, das ist Emily. Wir haben Dory. Achso, ich hätte wahrscheinlich den richtigen Namen auswählen müssen. Oh. Oh. Okay. Woher ist die Geschichte? Warum ist es um unsere Familie? Wann war es auch vorhin mit dem Zirkus? Da waren wahrscheinlich mehrere Symbole. Ich hab aber nur den Zirkus gesehen, bin direkt durch den Zirkus gegangen. Growing up, she happily followed in her mother's footsteps. However, their road was not without obstacles. Money was short. Time spent between the three even shorter. and so the road led to an inevitable land. Inevitable? Äh... Es gab ein inevitable end? So weit sind wir noch nicht. Okay, es ist wirklich irgendwas passiert, was er wahrscheinlich verdrängt. Es ist irgendwas passiert, diese glückliche Zeit ist vorbei. Das glückliche Familienleben ist irgendwie vorbei und er weiß aber nicht, was passiert ist. Wahrscheinlich verdrängt er irgendwas. Nee, das wird zu einfach. Wenn wir gerade einfach nur jemanden spielen, der gestorben ist. Das wird zu einfach. Also wenn das wirklich darauf hinausläuft, dann ist das scheiße. Ich will nicht, dass er tot ist. Ich will, dass er in dieses Buch gesaugt wird. Ich glaube, ich komme nicht voran. Ich drehe mich mal um. Aha! Hui! Fahr mal in den Puff. Das war die Mario 64 Treppe. Das Ding ist, ich bin eingesperrt. Mit dieser grässlichen Musik. Ich habe den Jumpscare verpasst. Ich habe nur das Geräusch gehört. Aber da kamen überall Köpfe hoch. Die habe ich nicht gesehen. Das ist ja bei Leia Sophia und das, was Leia Sophia losgetreten hat und das, was ja die Spiele gemacht haben oder die Entwickler gemacht haben danach, was ja immer Leute sagen, die Spiele sind quasi einfach nur, als würdest du durch so eine Horrorattraktion in einem Freizeitpark laufen. Du läufst einfach nur einen Gang entlang und wow, wow, Jumpscare, uh, hier fliegt irgendwas, wow, wow, ne, dass man, äh, nur durch so einen, ähm, ja, durch so eine Geisterbahn läuft quasi. Und die haben das genommen, dieses Konzept von Leia Sophia und haben es einfach wirklich in den Freizeitpark in der Geisterbahn gepackt. Geisterbahn Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hasse Labyrinthe Das Beste an solchen Spiegellabyrinthen ist es, wenn so Kinder gegen Ey, in dem Moment, wo ich Kinder sage, steht da ein Kind Ach du Scheiße Das Beste an solchen Spiegellabyrinthen ist, wenn so Kinder gegen die Scheiben laufen Dory! Jetzt reicht's aber! Wir gehen jetzt nach Hause! Papa ist sündend! Wieso hab ich so ein scheiß gruseliges Kind? Sie sah so seelenlos aus Muss das jetzt auch noch rot werden? Ich seh gar nix mehr Klopf, klopf, klopf Wer ist denn da? Ich hab mich in den Spiegelabyrinth verlaufen! Das ist Ach so Die ganz normale Die ganz normale Zirkus-Deko In so einem Spiegelhaus hab ich als Kind mal geweint, weil ich nicht draus kam Oh nein! Aber sei ehrlich Würdest du auch heute noch, oder? Und hey, Kasuma-Sato Jetzt sind wir in so einem Schiff-Setting oder so, oder? Ne Das ist so kurz, als würde ich jetzt in das Schiff klettern Junge, was sind diese Augen Ich hab mich als Kind nun mal im Real verlaufen Hab ich auch geweint Heute weine ich in Supermärkten auch, aber wegen den Preisen Oh? Kann wir heute nach dem Wasser gehen, bitte? Ich habe schon alles meine Hausarbeit gemacht, ich versuchte Das ist ein Säckmüller. Mann, Jungs, wo darf ich rausgucken? Ich wurde von meinem Vater und meiner Schwester auf einem Parkplatz von einem Rewe vergessen. Sie sind einfach ohne mich losgefahren. Oh, Junge. Das Kind ist irgendwo runtergefallen. Es gab einen Unfall. Das Kind ist vom Dach runtergefallen. Und er ist schuld und er verdrängt es. Oder ja, wegen einer Vorstellung einfach. Oh nein. Scheiße. Oh, der Sohan. Jump'n'Run. Okay, Chat. Ich hab's. Ich hab das Rätsel gelöst. Meine Prediction, Chat. Ich hab meine Prediction für die Story. Die waren ja low on money. Die haben ja irgendwie wenig Geld gehabt, Geldprobleme gehabt. Und die mussten krasser und krasser werden. Und der Vater hat die Mutter und die Tochter zu irgendeinem krassen Akt gezwungen. Nein, die Tochter wurde nicht verkauft. Dabei ist die Tochter aber umgekommen. Was für Prostitution! Wir sind im Zirkus! Die ist dann bei dieser Vorstellung gestorben und die Mutter hat sich für die Vorstellung hat sich halt die Schuld gegeben, dass sie das gemacht hat. Dass sie schuld ist, dass die Tochter runtergefallen ist, weil die sind ja so ein Duo-Act, die immer zusammen so hochseilmäßig klettern und so. Dass die Mutter sich dann das Leben genommen hat. Das ist meine Prediction. Merkt es euch? Clippt es euch? In zwei Stunden wird das aufgelöst. Vom Spiel. Nicht so lustiges Funhaus. Ich fand es schon ganz lustig. mal Polizei gerade gehört. Gehört. Ich glaube, das soll ein Telefon sein, oder? Ja, da ist ein Telefon-Box, Telefon-Hütte, Telefon-Station, Telefon-Häuschen, Telefon-Box, Telefon-Kajüte, Telefon-Dixi, Dixi, Dixi-Phone. Ne, ich glaube, sind keine AI-Stimmen. Oh, was ein Schmerz. Oh, ich brauche etwas, um diese Höhlen zu bekommen. Oh, was ein verdammteres Traum. Okay, wir sind wieder da, wo das Spiel angefangen hat. Ja, hier haben wir das Spiel angefangen und dann, ähm, ging der Traum los. Ja. Jetzt beginnt alles wieder von neu. Und jetzt durchleben wir einen anderen Traum. I guess. Aber die Figur ist jetzt weg. Die ist jetzt woanders. Das ist eigentlich der Schlimmste an AI, dass man sich bei vielen Fragen, äh, die Frage stellt, ob es überhaupt echt ist. Apropos AI, wir haben die Songs für heute vergessen. verdammt. Kein, äh, Freitags-Horror-Song. Dann mach sie jetzt. Nein, wir sind jetzt voll in der Stimmung drin. Ich hab sie gefunden. Da ist sie. Warum ist es hier? Da war Alka im Bett? Okay, da steht eine Flasche, ja. Zwei Flaschen. Vielleicht ist das auch Chilisauce. Vielleicht ist es gar kein Alk. Weil, der guckt, da ist so, da ist so, ähm, gebraten, gebran, gebraten Nudeln. Und der hat dann halt vielleicht so, so, Sweet-Chilisauce drüber gekippt. mit einem Song wäre ich noch mehr in Stimmung. Ich muss erst. Stimmt aber eigentlich, ne? Der Schlüssel ist hier drin, versteckt. Und die Wohnung ist abgeschlossen. Äh, das Zimmer ist abgeschlossen. Das heißt, er hat sich ja selbst eingesperrt und dann den Schlüssel selbst versteckt. Das ist kein Nähkästchen. Sperren wir uns nicht selbst jeden Tag ein. Möchtest du darüber reden, Draghi? Ja, da ist noch eine Weinflasche. Da ist noch mal Sweet-Chilisauce. Da ist noch eine Weinflasche. Es fühlt sich oft und Marthas Musik spielt nicht hier. Ja, hier sind sehr viele Flaschen. Ist das wirklich so simpel? Ist das wirklich die Tragödie des Games? Ist das die Tragödie der Story? Ist das wirklich so? Dory ist wahrscheinlich schläft, aber ich sollte immer noch auf sie schauen. Dass es darauf hinausläuft, dass einfach die tot sind? Aha. Diesmal komme ich nicht bei Dory Ryan. Sammlebjekt. Nice Bürste. Schließt du deine Wohnungstür etwa nicht ab? Ich schließe immer meine Wohnungstür ab. Aber nur damit ich den Schlüssel nicht vergesse beim Rausgehen. Martha ist wahrscheinlich aufstehen. Was ist das für einen Treppenraum? Der Juli. Dankeschön für 25 Monate. Äh, 35. Vielen, vielen Dank. Da ist sehr viel Alkohol. Junge, der hat den Alkohol gebadet. Chat. Chat, wenn ich eine Badewanne voll Wodka mache und mich dann reinlege, werde ich besoffen? Also ohne es zu trinken. Ich lege mich da nur rein. Werde ich dadurch besoffen? Schon, ne? Das fließt ja in... Das... Oder kann das überhaupt dann meine Blutlaufbahn erreichen? Über Anus. Digga, da fließt doch nicht Wasser rein. Wenn ich mich... Wenn ich meinen Arsch in Wasser lege, ist mein Arschloch ja nicht voll mit Wasser. Ja. Trink dein Anus nichts. Wegen den Dämpfen. Also willst du mir sagen, wenn ich mir jetzt ein Glas Wodka hier hinstellen würde und die ganze Zeit dann riechen würde, dann würde ich auch nach einer Zeit besoffen werden, oder was? Ja, aber die Schleimhäute. Ja, true. Man kann daran sogar sterben. Vielleicht, wenn der Wodka warm ist, sodass er dampft, einfach den Wodka noch erwärmen vorher. Keine Ahnung vom Anus, aber ein Kumpel hat erzählt, dass er was im Internet gelesen hat, hat seine Eier in Zitronensäure gedippt und man kann das scheinbar so schmecken. Was schmecken? Er hat seine Eier in Zitronensäure gedippt und inwiefern hat er was geschmeckt? Also seine Eier haben dann nach Zitronen geschmeckt? Oder hat er eine Frau in Russland gemacht, um sich vor Corona zu desinfizieren und hat da tagelang drin geblieben und ist gestorben? Junge, was ist mit der Menschheit los? Und wer hat, ja, wer hat seine Eier abgeleckt? Es gibt angeblich, ach so, ihr meint, er meint, er hat seine, seinen, seinen Sack in Zitronensäure reingesteckt und er konnte es schmecken. Das meint ihr? Ach so, ich dachte, er hat seinen Hodensack in Zitrone reingedippt, dann hat jemand dran gelegt und hat gesagt, joa, schmeckt nach Zitrone. Es gibt angeblich Geschmacksknospen an den Eiern, aber das ist nicht ganz true. Hoden haben Geschmacksrezeptoren, mit denen sollte man aber nicht schmecken können. Wenn du deine Eier in Zitronensäure dippst, kannst du selber die Zitronensäure schmecken. Nee, das klingt fake. Das klingt fake. Dachte ich auch, Keggy. Und dann hast du es probiert, Moritz? Und seitdem trinkst du nur noch, schmeckst du nur noch Dinge mit deinen Eiern? Ich werde das nicht im Stream ausprobieren. Ich werde es auch nicht off-Stream ausprobieren. Ich habe mal irgendeinen Post darüber gesehen, der darüber aufgeklärt hat, aber imagine, ich merke mir die Scheiße, als dass das nur so ein Gerücht ist. Das ist bestimmt so ein Gerücht, wie dieses Gerücht, was seine Runden gemacht hat, wo gesagt wurde, ja, Menschen essen 20 Spinnen pro Jahr im Schlaf oder so, was auch fake ist. Bestimmt so was ist auch fake, ne? Wie gesagt, ein Kumpel hat mir eine Studie geschickt und gemeint, dass er sogar selbst probiert hat. Ja, der verarscht dich. Aber du bist huckt von der Idee, gib es zu. Ja, nicht das auszuprobieren, weil es halt so skurril und so dumm klingt. Dieser Fakt mit den Spinnen haunt und bis heute, das ist ja kein Fakt, das ist eine Lüge. Wo zum Fick solltest du 20 Spinnen oder mehr? Ich glaube, die Zahl war sogar höher. im Jahr fressen. Wieso sollten die in deinen Mund klettern? Ich glaube, da waren mehrere besondere Anlässer hintereinander, oder? So viele Flaschen wie hier rumstehen. Waren acht Spinnen, aber das mit den Spinnen war wohl ein Experiment von einer, die gucken wollte, wie schnell sich Fake News verbreiten. Genau. Und das Ding ist, es gibt dann ein weiteres Gerücht, dass das, was du gerade gesagt hast, auch nur ein Gerücht ist. dass das eine Studie war, um zu gucken, wie sehr man Studien faken kann. Und dann gab es irgendwie ein Gerücht, dass das eigentlich auch eine Lüge ist. Und es gab eigentlich gar keine Studie. Das ist alles nur erlogen. Das sind meine Pillen. schluck, schluck. Starker Jumpscare. Starker Jumpscare. Chat, würdet ihr die noch essen? Würdet ihr die Pizza noch essen? Oder eher nicht so? Ja? Ja, klar? Safe? Nee? Ja? Nein? Ich esse alles. Wir gingen nach oben, nicht nach unten, ne? Martha? Bist du hier noch? Da ist schon wieder so ein Ding. Was ist das denn? Es pocht wie ein Ding. Oh, ist das ein echtes Eier? Was ist das? Ein echtes Eier? Diese zünkere ist so scheiße. Oh, oh. Was ist das? Wo ist das? Ich kann hier nichts machen. Verlassen. Ich denke, wir müssen hier irgendwas hinstellen. Diese Becher oder so. Kelche. Ich denke, wir haben eine Fortunes. Das waren die Farben in diesem Haus. Okay. Das wird weirder und weirder. Nein, die wird nichts refundet. Ich will die Story wissen. Nein, die ist... Wo ist es? Das, was ist es? Das wartet. Das wartet. Ja, ich gehe. Das wartet. Aber wieso reagiert er so komisch da drauf? Ist es Martha? Oh man, sie ist blindfolded. Dicker, das ist eine scheiße Ehefrau. Die läuft wie ein Zombie rum. Untertitelung des ZDF, 2020 Kuss von Martha. Sie hat mich gegessen. Muss ich jetzt alles verneumachen? Welche Zeit ist es? Vielleicht ist Dorian Martha noch auf? Warum ist es hier? Warum fühle ich mich, dass die Schlüssel hier drin ist? Wo ist diese Figur wieder? Ich muss die Figurin erstellen. Mal sehen, ob die Schlüssel hier drin ist. Ich weiß gerade nicht, ob das so sein soll oder ob ich jetzt wirklich alles verneumachen muss. Hä? Die Tür ist schon offen. Oh nein, das kann nicht passieren. Diesmal musste ich sie nicht offen machen. Okay, ja gut, das ist wahrscheinlich eine Art von Checkpoint. Was genau muss ich denn hier finden? Vielleicht muss ich die Augen piksen, dass sie zugehen. Da ist der Kilch. Das ist ein Blasch ist weird. Aber das glaube ich nun sammle objekt, oder? Ja, ich hau mal ab. Ich geh wieder in die normale Welt. Ich geh wieder in die Welt. Wait, vielleicht ist Martha dead? Ach du Scheiße. Nicht schon wieder. Ich will keine abgezogenen Gesichter mehr sehen. Die abgezogenen Gesichter waren nicht so schlimm. Ich fand eher den Part mit dem... Den Hund an die eigene Tochter verfüttern in der Suppe. Fand ich schlimmer. Den Hund habe ich komplett vergessen. Danke. Kein Problem. Aber ich denke mal, ich brauche hier drei Objekte, oder? Oder er zeigt mir jetzt ein anderes Objekt. Und ich muss wieder rüber. Okay, was brauchen wir jetzt? Ja, da war ich gerade. Das in einem kleinen Raum hinten. Martha is dead. Das war ein sehr wildes Game. Ein sehr trauriges Game. Ein sehr emotionales Game. Nicht unbedingt perfektes Horror Game. Es hat da sehr viele slow, langweilige Stellen gehabt. Aber es hat da auch wiederum sehr, sehr viele, sehr starke Stellen gehabt. Das war irgendwie gut, aber auch irgendwie sehr eklig. Ja, ist auch etwas, was viele daran kritisiert haben. Dass der Gore unnötig war. Das ist nicht nur ein Earring. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Earring. Drunken Annie, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es reiht sich keiner die Zunge aus. Ja, da waren viele weirde Sachen. Da war, keine Ahnung, du musstest mit einem Skalpell ein Gesicht aufschneiden. Du musstest mit einem Messer einer toten Frau den Bauch aufschneiden und dort eine Totgeburt rausholen. Und so ist es zwar... Es war ein Trip. Ja, das mit dem Hund war die... Das wurde nicht so krass dargestellt, wie zum Beispiel jetzt mit dem Gesicht abziehen oder am Ende die Szene mit dem Arm aufschneiden und so. Das wurde nicht so krass dargestellt. Das wurde so in einem Puppenhaus dargestellt. Es gab so eine Szene, wo das alles so in einem Puppenhaus mit so Puppen, mit so Marionettenpuppen dargestellt wurde. Und da ging es dann um den Hund und die Tochter, die den essen musste und so. Okay. Das Farbbrett. Okay, okay. Das Puppenhaus, ja. Ja, das war generell in dem Jahr Camartha is Dead und Madison. Zwei echt krasse Horrorgames. Das eine mit der sehr, sehr emotionalen, traurigen, sehr atmosphärischen Story. Und mit dem sehr geilen Soundtrack. Und auf der anderen Seite einfach... Lilly, danke schön für sechs Monate. Das geilste... Jumpscare-Horrorgame überhaupt. Fucking Madison. So zwei Spiele, die komplett... Komplett anders sind, aber beide auf ihre Art und Weise geil waren. Verziehe dich! Der gute Madison. Das ist Marthas Tarot Deck. Okay, ich habe alle drei. Jetzt müssen wir warten. Martha is Dead Replay. Ich hätte Bock. Madison kriegt ja bald einen VR-Modus. Das wäre auch geil. Wann machst du mal Tarot-Karten und Luigi-Brett am Freitag? Ich habe Angst. Luigi-Brett ist voll gruselig. Und Luigi-Brett ist doch alleine voll langweilig, oder? Weil dann ist ja keiner, der am Schummelt und das Ding bewegt. Breaking the Surface in Martha. Was war das? Ist es das mit dem... Das Ertrinken-Lied? Warst du das, Katzi? Irgendwas kann ich da anklicken. Ich mag ihre Bilder, aber... ...was fühlt sich aus. Ist sie jetzt eingedrungen in diese Welt? In die echte? War das das mit dem Ertrinken, ja? Okay, das ist ein neuer Loop. Die Puppe ist weg. Das ist ein neuer Loop. Der Dingens-Song war auch sehr nice. Immer wenn man diese Fotos machen musste in Martha is Dead. Das war auch ein sehr nicer Song. Da gab es generell viele gute Songs. Da war auch Bella Ciao. Eine Bella Ciao-Version. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Oh, ist es da? Ich hoffe gar nicht, was passiert. Ja, wir durchleben immer irgendwie... Wir träumen halt irgendwie irgendeine Scheiße. Und am Ende landen wir wieder im Bett und wachen auf. Aber wir wachen nicht wirklich auf, sondern wir wachen in einem anderen Traum auf. Und dann geht's halt wieder los. Wir sind in irgendeinem... Ja. So im Loop gefangen. Sie sah absolut nicht glücklich aus. Das ist derselbe Song? Ist das wie P.T.? Nee, nicht wirklich. Ich dachte, hab am Anfang auch gedacht, das ist so wie P.T., aber nee. Also die Thematik, dass es ein Loop ist, ist halt da. Aber es ist nicht der typische P.T. Loop, dass du immer durch denselben Raum durchrennst. Das ist nicht, wo die Kuchen sein sollte. Ach, roten. Ein verdammt. Wer hat denn sein Spiegler hier nicht gegessen? Diese Schweine. Strang. Martha mag nicht, die Takeout. Besonders nicht Pizza. Boah, Martha. Ist so ein richtiges Ja so. Mag keine Pizza. Fieh der mich an. Even more bottles. Even more bottles. I always did the dishes. This can't be our kitchen. Wisst ihr, wisst ihr, wieso Silent Hill so geil ist? Weil der Protagonist seine Fresse hält. Huh, den Gano Pizzeria. Er redet halt nur, wenn er reden muss. Und er kommentiert nicht jede dumme Scheiße. Der redet halt viel zu viel. Und seine Stimme ist so scheiße. Das ist insane. Es ist nicht die Stimme an sich, aber das, wie er es actet. Das ist der Garage. Mein Werkzeug. Okay. Manchmal nehme ich Dinge nach Hause, um sie zu fixen. Er macht den Kühlschrank nicht zu. Ja, der Kühlschrank ist eh nicht echt. Es ist ein Traumkühlschrank. In Träumen dürfen Kühlschränke aufbleiben. Wir müssen jetzt die Symbole zählen. Und dann ein Passwort eingeben. Bitte nicht. Das sind sehr viele Symbole. Er macht einen Point-and-Click-Adventure-Monolog. Wir brauchen das Oberteil? Da ist ja wirklich ein Code. Hm, vielleicht sind sie lockt. Wir benutzen das für alle Art von Stageproppen. Es ist mir, aber ich kann nicht die Kombination erinnern. Marta hat mir neulich von diesen zisterzinischen Nummern erzählt. Um... Um... Was ist, wenn er eigentlich ein Junkie ist, aber in seinem Rausch glaubt er, dass er ideale Ehemann ist? Und in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Ja, das hoffe ich nicht. Das wäre... Das wäre halt... Scheiße, langweilig. Ähm... Was? Was? Also das ist... Das ist eine Zwei. Also da unten ist eine Zwei kombiniert mit einer Eins kombiniert mit einer Vier. Also das ist eins plus vier plus eins. Dann wäre die erste Zahl jetzt eine Fünf. Aber ich kann ja gar keine Fünf eingeben, oder? Ich kann ja nur diese Zahl... Nur diese Symbole eingeben. Plus zwei? Ne. Äh, stimmt. Ja, zwei plus vier plus eins. Ja, ja. Ich bin dumm. Zwei plus vier plus eins. Würde die erste Zahl unten, denke ich mal, eine Sieben sein. Die zweite Zahl ist vier plus vier plus eins. Neun. Eine Sieben, eine Neun. Und dann... Drei plus zwei... Plus fünf. Das ist eine Zehn. Sieben, fünf, zehn. Würde ich jetzt sagen. Ich habe in zwei Tagen Geburtstag. Nice. Vier eins vier? Ne. Warte, man sieht die Maus nicht bei mir, ne? So, jetzt seht ihr die Maus. Die erste Zahl hier... ...hier unten. Die besteht ja aus... ...ner Zwei. Das ist das hier. Die besteht aus einer Vier. Das ist das hier. Und die besteht aus einer Eins. Zwei plus vier plus eins sind sechs. Äh, sieben. Dann das Ding hier. Das Ding besteht... ...aus einer Vier. Aus einer Eins. Aus einer Vier. Sind neun. Vier plus eins plus vier. Und die letzte Zahl besteht aus... ...wieder einer Zwei. Einer Drei. Und einer Fünf. Zehn. Würde ich jetzt sagen. Sieben, neun, zehn. Und jetzt muss ich die Symbole zählen. Welche Symbole kommen davon... ...siebenmal, neunmal und zehnmal vor? Also... ...anders kann ich mir das nicht vorstellen, oder? Wir müssen ja nicht... ...wir müssen ja nicht alle zählen. Nur, dass wir auf die Sieben kommen. Eins, zwei, drei, vier. Also von diesen komischen... ...kopflosen Frauen haben wir... ...eins, zwei, drei, vier. ...eins, zwei, drei, vier. ...eins, zwei, drei, vier. Und das war's. Nur vier. Also das Symbol ist es auf jeden Fall nicht. Ist hier. Oh, da ist der Arm. Was sind diese Nummern auf dem Kumpel? Ich weiß nicht, wie ich das Gelenk nochmal mir anschaue. Ich kann kein Inventar öffnen. Ich hab kein Inventar. Screenshot? Ich hab kein Inventar, Leute. Okay, ich zähl weiter. So ein Dreidel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Mal. Passt auch nicht. Passt auch nicht. Das muss ich jetzt sagen. Das ist es nicht. Und... Das ist es nicht. Gucken wir uns die Schirme an. Eins. Die Schirme sind es auch nicht. Es sind zu wenig. Da ist ein Zwei. Obwohl es gibt noch in Rot. Drei. Drei. Okay, die Schirme sind es auch nicht. Vier. Da ist noch ein Dreidel. Okay, die Dreidel sind... Es gibt sieben Dreidels, Leute. Sieben Stück gibt's davon. Du zählst acht Stück davon? Come play. Dankeschön für Tier 3, Mann. Vielen, vielen Dank. Okay, Dreidel. Eins. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier und fünf. Sechs. Sieben. Acht. Verdammt. Wieso kann ich die Siege aufheben? Warte, sind es neun. Wo sind es neun? Ihr dürft die Symbole nicht verwechseln, ne? Also... Das Symbol... Ist nicht das gleiche... Wie das Symbol. Fuck, da ist ne neun. Es gibt neun. Fuck. Wir müssen doch nicht wirklich das jetzt machen, oder? Ich glaub, die Antwort wird dir nicht gefallen. Die Schnauze... Die Schnauze... Vielleicht müssen wir erst die Manneken zusammenbasteln, Chad. Das ist die Schnauze... Das ist die Schnauze. Das ist die Schnauze. Das ist die Schlauze. Und die Schnauze sind außerhalb von der Seite. Das ist noch nicht passt. So, die Schulter zeigt eine 2 Was haben wir bei der 2 gehabt? Eine 9 Es gibt keine 9 Dann funktioniert das hier anders Wenn ich halt den hier drehe Dann kriege ich auch Vielleicht müsste man das nur aus der Reihe bekommen Warte, wir haben jetzt die 2 bei der Schulter Ich versuche mal Das 2 nur aus der 2 zu gründen Zu basteln Ne, das geht auch nicht 2 mal 4 Und dann plus 1 wäre wieder 9 Warte, wenn es richtig ist, ist es plus Und wenn es gedreht ist, ist es minus Also ist es 4 Minus 4 plus 1 Ist schon auf 1, okay Was zeigt er denn hin? Ja, ich kann Torso Drehen Und den Arm Und die Hand Die Hand hat eine 3 Die Schulter hat eine 2 Und der Torso hat eine 1 Deshalb Ist das ja Moment, ich hab's gecheckt Moment Leute, ich hab's gecheckt Moment Ich muss die 1 Für das erste Symbol Muss ich die 1 Auf die 2 stellen Die 2 Muss ich auf die 4 stellen Und die 3 Muss ich auf die 1 stellen Also das, was ich schon vorher hatte Mit 2 plus 4 plus 1 Nur nicht zusammenrechnen Nur nicht zusammenrechnen So Ich hab hier 2 gemacht So Like this Dann zeigt er auf Auf den Regenschirm Okay Regenschirm ist Symbol 1 So Okay Okay Okay, wir haben's Ähm Dann Haben wir Bei Für das zweite Symbol Haben wir 4 plus 1 plus 4 4 1 4 Torso auf 4 Schulter auf 1 Handgelenk auf 4 So Like this Das wäre Der Chupa Chups Und das letzte Symbol War ja 2 plus 3 plus 5 Ne Ja 2 plus 3 plus 5 Das heißt Haben wir hier 2 So Like this So Like this Das letzte Symbol ist Habe ich was falsch gemacht? Das ist doch kein Symbol Das ist doch kein Symbol Nochmal kurz abchecken Also Das besteht ja aus der 2 Hier 2 Dann hier 3 Und dann 5 Ne Totenkopf Symbol gibt es nicht Ich mein Wir haben jetzt nur noch ein Symbol Ich kann jetzt einfach raten Ach got it Let's see what's inside Das wäre halt so ein Symbol Hier Aber ich hab's eigentlich doch richtig gemacht Oder? 2 3 5 Keine Ahnung Wir haben ein Schwert Er macht das gerade vor Und ich check's immer noch nicht Wir nehmen sie auf dem Tisch Das wäre ein scheiß Insekt Was mach ich jetzt mit dem Schwert? Stecht die jetzt ab oder was? Ah ok Ich kann's hier hinlegen Jo ist er besoffen Nein, 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 nein Nein, nein, nein Hör doch auf, ich will selber lesen Ich hasse Charakterist 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 Und warum kann ich das nicht erinnern? Und wie ist das mein Signature? Ich hätte nie etwas wie das Digga, lies entweder richtig vor Aber hör auf dieses Huscheln zu machen Wir müssen so weit gehen Bedingungen und Konditionen Erstens Dory ist über einen Zeitraum Von sieben Jahre Beim Zirkus unter Vertrag Beginnend mit dem Datum Der Unterzeichnung Dieser Vertrag ist Rechtskräftig vor Gericht Vollstreckbar Während dieser Zeit Wird Dory in allen Zirkusshows und Events Auftreten Wie vom Zirkus Direkte auferlegt Das beinhaltet Einen vollen Probetag Vor jeder Show Und Trainingseinheit Für mindestens 40 Stunden Pro Woche Dory erhält ausreichend Essen, Beherbergung Und medizinische Versorgung Während sie beim Zirkus Unter Vertrag steht Der Zirkus versichert Dass diese Maßnahmen Alle relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards erfüllen Für alle ihre Auftritte Erhält Dory vom Zirkus Eine faire und angemessene Monatliche Entlohnung Die vom Zirkusdirektor Bestimmt wird Drittens Jede verpasste Show Wird den monatlichen Lohn Reduzieren Basierend auf der geplanten Anzahl An Shows Für den jeweiligen Monat Dieser Lohn Wird gemäß Aller zutreffenden Gesetze Und Regulationen Gezahlt Beim Erreichen Des 18. Geburtstags Wird Dory Vor diesem Vertrag Entlassen Und wird freigestellt Andere Beschäftigungsaussichten Wahrzunehmen Viertens Der Zirkus Mit ihrer Unterschrift Stimmen beide Parteien Und Bedingungen Und Konditionen Dieses Vertrags zu Ähm What the hell A train What the hell A train Oh man What the fuck Are we on a train Oh man What the fuck What the fuck Ist auf jeden Fall solide Kinderarbeit Ich weiß nicht Darf das Ist das ein America Erlaubt Chat Kinderarbeit Ist das ein Ding Jo Dead five Ciao Ciao Gibt es in America Ein Gesetz Gegen Gegen Kinderarbeit Bestimmt Oder Das ist America 1981 Aber Moment mal Wenn Das nicht Teilnehmen An den Shows Mit sich bringt Dass sie keinen Lohn bekommt Dann geht sie halt Einfach nicht hin Und lebt ihr Leben Ganz normal Wie jedes andere Kind Oh man I know That smell What the hell bist du denn Sometimes I help out with feeding schedule I'm a lot Halt doch mal deine Schnauze Halt doch mal für ein paar Minuten Deine Schnauze Oh mein Gott Ein Elefant Ich liebe Elefanten Das sind wunderschöne Wesen Aber man Emma hat mich Gerade eben Ziemlich erschreckt Ich liebe den Typen Der schlimmste Jumps gibt es bisher. Ich gehe jetzt schlafen. Okay, ich darf nicht schlafen. Oh, wer schlafen hier wieder? Das war unser Kabin. Aber ich habe meine Nacht in der Arbeit verbracht. Hey, Lama, was are you doing? I am participating in a... ...in a spitting contest! Oh, can I... ...watch it also? Sure! Hatu! Guter Komik! Entschuldigung. Na ja, das Circus hat angefangen, die Leute zu verlieren. Das ist, warum das Fahrrad nicht mehr wert war. Und das Circus hat geschlossen. Wir haben ein Haus, das wir hatten. Das war unser Lounge. Wir sitzen hier, machte die langen Reise ein bisschen mehr verwendet. Ja, wir hatten meistens gar nichts mehr an. Das ist so, dass Rodri gekocht hat. Das Steu-Special war großartig. Dann redet er auch nicht mehr. Klingt nur wichtige Dinge an. Ja, wenn ich alles mute, dann... ...verpassen wir die wichtigen Gespräche. Oh, ein Schachbett. Ich liebte es, mit den Clowns Schach zu spielen. Mann, Schach ist mein Lieblingsspiel! Ja, das war echt ein Schachbett. Als die Fahrrad war, war das Bumpe. Ich installiert eine Metallplatte und kleine Magnets für die Piele. Ich denke, die Zeit hier war nicht alles gut. Es ist ein Schachbett, dass das Circus nicht mehr ist. Warte, was ich sagen? Ich arbeite hier noch. Wir waren hier noch nicht. Wir haben hier noch ein Show. Wir haben nur noch keine Reise. Wir haben nur noch nicht vor, oder? Warum ist meine Erinnerung so faszin? Warte, habe ich mich wieder um? Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Hey, Emma! Emma ist weg! Oh, ich muss das Ding wegwerfen. Vielleicht kann ich die Tür mit dem wegwerfen. Vielleicht kann ich die Tür mit dem wegwerfen. Oh, zumindest sollte es mir ein bisschen Zeit brauchen. Ich bin besser schnell. Worum geht es denn im Spiel? Wir sind uns noch nicht sicher, worum es geht, aber meine Vermutung ist, dass wir hier einen Typen spielen, der all seine Freunde und Familie verloren hat, weil er die Fresse nie gehalten hat. Danke. 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 Ich glaube, ich wurde erwischt. Was ist das? Vielleicht kann ich die Tür öffnen. Zumindest soll sie mir ein paar Zeit kaufen. Zumindest... Oh mein Gott! Damn fucking shit! Oh man! What the hell is going on? Fuck the fuck man! Shit! Oh there's the lever. Now let's get rid of this god damn puppet. Let's get rid of this damn ghetto back of the shit fuck! Now I have to pull the lever to the right side. And glassed. I hope it's gone now. Okay, what now? How do I get off this train? Can I even leave or am I trapped in this nightmare? There's nothing more to say, Walter. I've made myself clear. What is wrong with my head? I don't care what you think. You can leave. We don't need you. She doesn't need you. Where do these cruel flashbacks come from? I just don't know anymore. I don't care. Daddy? Is it true that Mommy and I will live with Uncle from now on? Oh. I need to get away from this awful circus. Yes. The uncle is probably the circus director. I have to get away from you. I always miss him. I miss him. Now comes a jump run. No more jump run. Yeah. Run, run, run. Okay, ja, wo muss ich drehen? Wo muss ich hebeln? Was will gedreht werden? Hier. What the fuck is going on, man? Yes, müssen wir drehen. Oh, that seemed to work. Das macht Boden! Okay, ich glaube, das muss so. Ich glaube, da muss man sterben. Ich musste meinem Opa gerade auf Russisch Glückwünsche schreiben. Ich habe mehr Angst geschwitzt als im Stream bisher. здравствуй! Opa! Все хорошее тебе на твой день. С днем рождения! tb wir sind wieder in chinatown wir waren vorhin auch so kurz in chinatown okay ich kann die nudel bestellen oder solcher hunger aber was nehmen wir chat oma putofu hat ja ein dumplings ich habe noch nie dumplings gegessen sind dumplings geil ich glaube ich nehme mapo tofu und dumplings sind sehr geil ich glaube die sind nicht da vielleicht sollte ich anklopfen kurz schalke schreien hier hier ist oben ist wucher heißt aber auch dollar dollar ist future money amerikanische usds schon wieder eine telefon box telefon dixie wieso alles auf chinese sind einfach nur maultaschen ähnlich wie pelimäne ja vielleicht die hatten ja bei sich irgendwie chinesisches essen in der wohnung gehabt vielleicht soll das symbolisieren dass er im delirium sich was zu essen holt also diese diese szenen die so komplett wird aussehen wie gar eben die szene das ist eigentlich die realität wo er wach ist und das ist der traum und der ist gerade essen holen gegangen jetzt fällt das sogar anderen leuten ins wort das ist nicht gut oder chat aber tot kann auch was positives bedeuten tot ist auch kann ja auch dafür stehen dass man endlich loslässt irgendwelche schlechten eigenschaften von sich selbst endlich überwindet ein neuanfang tot steht auch für einen neuanfang tot steht für eine lösung die tochter ist krank geworden und die tochter hat wahrscheinlich das meiste geld rangeholt mit diesem vertrag da vielleicht ist gar nicht er der böse sondern die mama ist die böse die die tochter so mies da rein gezwungen hat jo gute besserung klopper und tschau tschau viel spaß alles ist so surreal alles ist so surreal erst mal müssen wir wieder münzen finden hier ist der automat aber diesmal kann ich nicht anklicken wie das spiel bisher ist also langweilig nein meisterwerk lea sophia ist doch meisterwerk man rennen kind gegen die wand wir waren vorhin in einem spiegellabyrinth und da war auch ein kind drin aber das kind ist leider nicht gegen den spiegel gerannt ich hab's gehofft da jetzt rein in die rakete level skip tonight dorian martha und tschau die wurden umbenannt der amazing tschau oder ist tschau ein begriff für irgendwie sowas wie tänzer sänger und tschau ist irgendwie ein begriff für seiltänzer oder so ich muss hurry auf hier dabei. Also wir hatten in den letzten Wochen das ist kein starker Code. Wir hatten in den letzten Wochen bessere Horrorspiele als das hier gehabt. Wir hatten letzte Woche gehabt hier, ähm, der Racer 2000. Wie hieß der? Der war cool. Das war ein cooles Spiel. Ja, runter mit der, ne? Stopp. Warum mache ich das? Das ist das Sicherheitsnetz. Nein! Ich lasse nicht, du mein Kind wegnehmen. Dory? Nein! Okay, Chat. Neue Theorie. Er wollte dem Zirkus schaden. So, das ist irgendwie diese Show von Dory. No, ich glaube, was ich gemacht habe. Oh. Ich wurde Dory. Aber warum? Ich... 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 Ja, was lernen wir daraus? Verkauft nicht eure Tochter an den Zirkus. Ich... Ich... Aber er wollte die Mutter ermorden. Deine Theorie hat aber nicht... Äh... Plus deine Theorie hat aber nicht gewusst, dass Dory auch dabei war. Stimmt, er sagte aber nichts wegen Martha, ne? Als sie da beide runtergefallen sind. Aber wieso sollte er Martha umbringen wollen? Vielleicht ist wirklich Martha die Böse. Martha hat Dory in diesen Vertrag da reingeknebelt. Reingeknebelt. Kommitier bitte jeden Baum noch. Sohan! Oh, shit. Er hat seine Kugel verloren. Er kann nicht mehr in die Zukunft sehen. Verdammt. Der arme Sohan. Ich höre Schritte. Ich glaube, draußen ist jemand unterwegs und will mich holen. Was für looks pricey! Echt Junge. Feels like it belongs to me. Looks pricey. Oh, nice salute, man. Nice salute, Digga. Okay, irgendjemand verfolgt uns hier. Da. Ist das wieder Martha? Die bewegt sich so wie Martha vorhin. Aber würde Sinn ergeben, dass er vielleicht Martha umbringen wollte, weil Martha bisher immer der Bösewicht war. Oh, no, no, not again. Oh, oh. Oh, it's some kind of punishment. There must be a way out of this forest. Hm, it's some kind of punishment? Bäh... 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 Fünf Döner würde ich dafür bekommen. Sieht preisig. Die Glocken sind wahrscheinlich dafür da, dass wenn ich sie berühre, dass ich Töne von mir gebe und dann kommt sie hingelaufen. Aber Taschenlampe kann ich nicht ausmachen, weil ich habe sie gerade angeleuchtet und sie hat mich angegriffen. Ich darf sie halt nicht anleuchten. Das sieht sie wohl auch. Seine Persönlichkeit ähnelt schon die eines Toasts. Ja, halt wirklich. Ich glaube so ein Toast hat sogar so ein schönes geiles getoastetes Toast hat sogar mehr Persönlichkeit. Ich hasse es, dass die Taschenlampe so mit nachzieht und nicht mit der Kamera geht. Okay, aber das ist hier kein... Ich habe, das Item wurde wohl gespeichert, was ich eingesammelt habe. Weil das ist jetzt hier kein Portal mehr. Oder ist es ein anderes Zelt? Junge, ich habe gerade da hinten hingeguckt. Und dachte mir, wieso ist da so ein grelles Licht in der Entfernung? Das ist mein scheiß Cursor. Left4Dead Witch? Dürfte man die Left4Dead Witch auch nicht mit der Taschenlampe anleuchten? Ich habe versucht. Aber ich war nicht für das Geschäft. Danke für deinen Kommentar. Jetzt wissen wir viel mehr über deine Lore. Da ist sie. Nimm mit, es wird gespeichert. Was ist das? Ich kann es wirklich nicht ausführen. Einen kleinen Kugel? Äh, sieht preisig. Wo war das bitte ein Kugel? Das war eine scheiß Kugel. Hä? Chat, das war doch kein Kugel. Bin ich dumm? Das war doch eine solide Kugel. So, der muss ins Eckige. Ah. Ja, was ist das für ein Gekämpe hier? Ne, kein Bingo. Ist doch egal, welche Form. Das sieht aus. Das sieht aus. weg bin ich weg so schnell kann die gar nicht laufen die tork halt da vor sich hin ne hier war ich ne ich glaube da unten habe ich angefangen da ist der anfang aber er legt die kugel nicht rein ich muss erst alle ne doch ich muss nur richtig aimen eine kugel fehlt noch die würfel passen perfekt rein was hat er für ein zahn drauf ja in dem bisher in dem game war ja schon echt sehr langsam aber aber hier im wald ist er richtig schnell unterwegs ich drehen durch alter ich drehe einfach nur noch durch ich gehe wieder ins bett da habe ich am glöckchen gebimmelt scheiße ich habe nicht gebimmelt du kannst mich gar nicht hören ja ich glaube die ganze im kreis bin schon wieder hier irgendwo habe ich eine ecke übersehen hast du slenderman gas station irgendwo habe ich ein gebäude übersehen aha hier ist etwas hier ist auch kein gebäude der boden klingt teilweise wie schnee ne ja die taschenlampe machen mich auch mega verrückt ich raste gleich aus ich stecke mir gleich eine taschenlampe in mein arschloch war ich schon mal hier das hier so mit so nachzieht so komisch nicht mit mit der kamera mit geht mach mich fertig scheiße ich bin im kreis gelaufen ich bin wieder hier da kommt wieder die gas station ja ich glaube im kreis die ganze zeit wo war ich denn noch nicht einfach halbe jurassic park hier sieht das gut aus da sieht doch gut aus oder scheiße hier war ich gerade ich flippe gleich aus bei dieser taschenlampe ich bin wieder am anfang wo übersehe ich denn irgendwas ist das ein hinweis dass ich dahin muss dory shops dory is that i feel strangely drawn to it oh some kind of necklace what is that man i can't make out the name it's pricey dog tags what look like dog tags i don't know ding ding is this some kind of punishment looks pricey oder und und wo und die wir haben es gleich ich stelle es doch schneller wenn die dich killt ja aber das ist ja kein Skill ich will ja schon skillig zurückkommen und das bricht ja und das bricht ja irgendwo auch die Immersion wenn ich mich killen lasse damit es schneller geht du bist kein wahrer Videospiel-Fan und Aaron TV Dankeschön für drei Gifte-Zaps vielen, vielen Dank Dankeschön das ist unser Ghost Train vielleicht wird das mich aus diesem verdammten Nachtmärchen oh endlich das ist ja sogar nur für eine Person das ist ja voll spooky eine Geiste achtet aber nur für eine Person normalerweise ist es ja mindestens für zwei Leute das ist ja richtig gruselig hier waren wir auch schon am Anfang im Intro I have a bad feeling about this I have to be careful oh mein Gott oh mein Gott it's rainy today I have forgotten my umbrella at home laser pointer I don't remember this part there's Dory joo jetzt wird es ein bisschen schneller und die Ende hoch was war das gerade waren das solche wie heißen diese Geräte wo man sich reinlegt wo dann der Kopf gescannt wird dein Gehirn das ist mir MRT genau war das so ein Gerät ich glaube das war so eins oder vielleicht war es so eine so eine Kryostasis Kapsel und wir wachen gleich auf und eigentlich ist das alles so voll in der Zukunft das ist irgendwie so 2324 Mama, Ehefrau und Tochter Dorian marfa oh god no oh god no 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 Dory ist seine Tochter, Martha ist die Ehefrau. Und wir sind zurück im Bett. Er hat einen Dream Drop, dass er besser aufgewacht hat. Wir sind zurück in unser Haus? Und wir sind endlich wunderschön. Oh, dieses Zimmer ist ein Schuss. Was ist hier passiert? Was ist dieser Geräusch? Es führt einfach nicht an zu. Wieso haben die sowas zu Hause? Oh, ist das eine Kamera? Warum sind die Kameras in unserem Haus? Wer schaut? Der Kuchen? Alles zerfällt. Oder es weiß niemand, dass er es getan hat. Und er fühlt sich seitdem halt mies verfolgt. Das ist halt wie wenn man da irgendwo was klaut und dann hat man Angst die ganze Zeit, dass man darauf angesprochen wird und erwischt wird. Nur halt, da hat er jemand umgebracht. Ist ein bisschen mehr. Letztens hat bei uns jemand aus Versehen die Weckerfunktion des Festnetztelefons angemacht. Der ging und dann um 12 Uhr los. 12 Uhr nachts? Spricht du aus Erfahrung? Also damals, als ich als Kind einen Beyblade geklaut hatte, den ich random vor einer Haustür liegen gesehen hatte. Hatte ich immer, jedes Mal, wenn ich da vorbeigelaufen bin, hatte ich immer so ein bisschen irgendwie muldmiges Gefühl, weil ich mir dachte, vielleicht kommt da jemand raus und sagt, dich habe ich letztens hier gesehen, den Beyblade Clown. Hab mich da nicht mal wohl gefühlt in der Nähe. Okay. Ja, der war reich, der hatte super viele Beyblades. Hätte er einen Beyblade verloren, hätte seine Mama ihm fünf neue gekauft. Ich hab, ich war selber ein Kind. Ich hab nicht als, als erwachsener Mann Kindern die Beyblades geklaut. Aber das war nur eins. Und ich war selber ein Kind. Und das war alles ges... Staged? Und warum? Oh, nicht du auch, Zoën. Okay, geben wir einfach einen Robin Hood. Ja, ich hab's den Reichen geklaut und den Armen gegeben, also mir. Und das ist der Circus. Tori Maffetzau. Jetzt bin ich ein Angeleger. Da ist dein Kind. Ich bin jemanden, die ehre essen. Das? Das ist nichts. Doktorik. Das ist gesund. Dies ist ein plein. Die. Das ist alles. Coole Aufführung, I guess Ist der irgendwie, der Lulu Na, dem geht's, dem geht's wundervoll Und hier werden wir wieder Das ist vielleicht eine neue Art Alles, was er hier erlebt Wir sind wirklich in so einem Zukunftssetting Und das ist die Art von Geister Achterbahn in der Zukunft Also das ganze Spiel quasi Das ist nicht alles Also das ist schon Art wie ein Traum Aber ein simulierter Traum Das ist die Zukunft der Geisterbahn in Entzirkus, äh, Jahrmärkten Oh Scheiße Oh, where the hell am I? Okay, another nightmare Even the train Brick by brick Was? Ausbruch Was? Was? Jetzt bin ich verwirrt Also wenn das jetzt noch ein Traum ist Wenn das noch ein Traum ist Was soll uns dieser Traum sagen? Wieso träumt er das? Das auf einmal alles in der Simulation ist Holy hell Oh, this place is huge How the fuck did I get here? How the fuck did I get here? Fucking damn Shit Guck mal hier Das ist nicht Das ist nicht mehr 1981 hier Subject 7 Subject 7 Was haben sie hier gemacht? Was habe ich hier gemacht? Es könnte halt alles immer noch ein Traum sein Aber es könnte vielleicht auch wirklich Dass das Spiel jetzt wirklich so einen Twist nimmt Deshalb vielleicht auch diese Diese MRT-Boxen Die so aussehen wie MRT Aber eigentlich sind das so Schlafboxen Wo er drin irgendwie liegt Und Irgendwie experimentieren sie an seinem Gehirn rum Und gucken sich seine Träume an Und versuchen irgendwie Anhand seiner Träume vielleicht Ihn irgendwie zu kurieren Irgendwie eine neue Art von Von Rehabilitation von Kriminellen oder so Dass man denen irgendwie aus dem Kopf Diesen Mord rausnimmt Was passiert? Also wenn er im Koma liegt Dann schreibe ich einen Drohbrief an den Entwickler Was hat sich bewegt? Irgendwie habe ich Irgendwas bewegendes nicht gehört Aber Okay Ich hab's Weil er sieht Ach, ihr bei Blut Was macht die Chat? Ist das noch alles noch ein Traum? Oder ist das schon außerhalb des Traumes? Und das ist gerade die Realität Ich bin mir Ja, ich bin mir nicht mal sicher Ob ich überhaupt Walter bin Ist wie bei der Matrix Da ist diese Maske Das ist die Maske, die wir immer gesehen hatten Das ist dieser Kassenautomaten Den wir immer gesehen hatten Ich glaube, es ist broken Ja, und die Technik ist halt Also die Laptops, die PCs und so weiter Sehen halt nicht mehr wie 1981 aus Dass er das überhaupt als PCs überhaupt erkannt hat Verschwommene Realität Hat er gerade wen erschossen in der Realität? Ja, irgendwie Das ist ja das Komische gerade Als würde er gerade hier durchgehen Durch ein Gebiet Wo er schon mal war Und etwas durchlebt hatte Wie zum Beispiel Die Wand aufgebrochen Dann irgendwie jemanden erschossen Und wir gehen gerade irgendwie seinen Weg durch Den er hier durchgelaufen ist bereits Da Norn Er ist wirklich irgendeine Firma, die irgendwas mit Gehirn macht Irgendwie ein Gehirn studiert Die Leute irgendwie so eine Box reinsteckt Memories for the future Ich sage, er lag im Animus Memories for the future Oh Mann Diese dummen Dialoge Nee Da ist Meckes, du Idiot Die Einrichtung befindet sich derzeit im Lockdown Bitte bleiben Sie ruhig und arbeiten Sie normal weiter Sobald der Notfall behoben ist, wird der Lockdown wieder aufgehoben Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den vorgesetzten Taschenrechner 5 mal 5 Nee 5 mal 5 Müsst ja da nicht 7 rauskommen In der Milchland 2017 True 18. August 2017 Hey, ich meine, es muss ja irgendwann, na, auf jeden Fall eine aktuellere Zeit sein, ne Das sieht man ja an der Technik Aber jetzt haben wir nochmal die Bestätigung bekommen Oh Gott, ich denke, er ist tot Ach echt? Bist du Arzt oder was, hä? Bist du Arzt oder was? Bist du Arzt oder was? Vielleicht kann ich ihn aus einem anderen Computer unlocken Nein, er schläft Nein, er schläft Die Gesichter sehen so unmenschlich aus Vielleicht liegt es auch an der Grafik Christian Cassie H32 Lake Park New Subject for House 12 What the fuck? Penrose Werden die entführt? Das sieht aus wie Paparazzi-Bilder Also aus der Paparazzi, ne, aber Heimlich aufgenommen, so Das wollte ich sagen Werden die entführt? Und dann in die Boxen gesteckt? Oh, Grillparty Can be there and have fun with your colleagues Free food and drinks Vegan options available Oha Progressiv, Alter Yo, ciao, Loki Lass mich doch lesen, bitte Dann kommentieren Verschiedene Nebenjobs Highschool abgebrochen Einkommen gering Wohnsituation allein Einraumwohnung In Chinatown, Shade Jetzt kommt Chinatown Liam Kennelly brach die Schule ab Als er 15 Jahre alt war Aufgrund einer missbräuchlichen Beziehung zu seinen Eltern Beendet er früh jeglichen Kontakt zu ihnen Er ist sehr kurz nach der Armee beigetreten Danach der Armee beigetreten Aber laut Aufzeichnungen ist er nach ein paar Monaten Aufgrund einer Härtefallregelung entlassen worden Er kehrt dann nach Hause zurück Um seinen kranken Vater zu pflegen Der drei Jahre später gestorben ist Danach zockt er erneut um Und konnte seitdem keinen festen Arbeitsplatz finden Er hält sich mit vielen Nebenjobs über Wasser Einschätzung Soziale Kontakte Subjekt hat keine bekannte Familie oder Freunde Er lebt ein zurückgezogenes und isoliertes Leben Und soziale Interaktionen Emotionale Bindung Subjekt hat keine bekannten emotionalen Bindungen Körperliche Fähigkeiten Subjekt hat keine bekannten körperlichen Einschränkungen Motivation Subjekt hat bekannte finanzielle Probleme und Schulden Was fehlende Motivation und fehlenden Antrieb vermuten lässt Zusammenfassung Basierend auf den gesammelten Informationen Er scheint Liam Kenley ein perfekter Kandidat Für das Erinnerungstauschexperiment zu sein Erinnerungstauschexperiment Das ereignislose Leben des Subjekts Reduziert das Risiko Zurückkehrende Erinnerungstest Erreste Seine Vorgeschichte bezüglich finanziellen Problemen Und fehlendem Antrieb Lässt auf einen vorteilhaften Geisteszustand hoffen Die psychischen und physischen Attribute des Subjekts Sind ausreichend Das Verfahren zu ertragen Also sie haben Diesem Liren Kenley Vielleicht den wir hier gerade spielen Die Erinnerungen von Walter Reingeballert Und diese ganze Zirkusscheiße ist gar nicht von ihm vielleicht Und er ist quasi gerade Er ist quasi gerade Walter Wir spielen Walter Aber im Körper von Liam Kenley Und Walter Kriegt mittlerweile so ein paar Erinnerungen Von Liam Kenley zurück Deshalb haben wir auch diese ganze Chinatown Sache und so gesehen Hey Trevor Du hast mir noch nicht den Bericht Über das potenzielle Subjekt geschickt Von dem du mir erzählt hast Wäre cool wenn du mir das diese Woche zuschickst Hier drüben gehen uns langsam die Leute aus Ist eigentlich alles okay da drüben bei euch? Habt das Gerücht gehört Dass eure Anlage im Lockdown ist Management hat uns gesagt Wir sollen keine Fragen stellen Naja ich hoffe es ist nicht zu stressig bei euch Sodass Mir den Bericht schicken kannst Aber das Leben wird auch extra simuliert Siehe Haus Also da werden ja nicht Erinnerungen geswappt Scheinbar leben die auch da Ja vielleicht ist das Vielleicht ist das Der Prozess Vielleicht ist das ein Prozess Dass die ihm diese Erinnerungen von Walter gegeben haben Dann irgendwie so ein Set aufgebaut haben So ein Set aufgebaut haben Was so aussieht wie das Leben von Walter Und er durchgeht immer diese Irgendwie so ein Bereich oder so Keine Ahnung Und dann versucht sich irgendwie vielleicht Das Gehirn zu synchronisieren Oder so Stück für Stück Dazu muss man beim Zirkus und Walter sagen Dass Zhao vorhin war auch ein Nachnamen Aus dem Chinesischen Genau das war ja das Weirde Hab ich auch gesagt Wieso heißen die auf einmal Zhao Die heißen doch nicht Zhao mit Nachnamen Würde erklären warum das bei der Frau und Kind stand War eventuell deren Nachname Wenn ich nichts verpasst habe Naja das stand ja irgendwie so einfach Zhao aus dem Nichts Nee nee Zau passt aber Nee Zau passt Zau passt Weil Wir haben Fotos von Dory und Martha gesehen Auch wenn die Namen nicht Asiatisch klingen Nicht chinesisch klingen Wir haben auf dem Foto Äh Die gesehen Und die sahen aus Nicht wie Amerikaner Hier ist jetzt Alyssa Baker Die versuchen vielleicht die ganze Familie rüber zu Zu ballern Verheiblich Software Software Engineer Master Abschluss im Computer Science Einkommen hoch Lebt mit Mann und zwei Kindern In einem Vorstadthaus Alyssa Baker ist mit ihrem Master Abschluss in Computer Science Eine erfolgreiche Software-Entwicklerin Sie ist verheiratet zu zwei Kinder Und lebt in einem gemütlichen Vorstadthaus Laut Aufzeichnungen ist sie nicht vorbestraft Und ihre soziale Media Deutet auf ein stabiles Glückliches Privatleben In Einschätzung Soziale Kontakte Subjekt hat einen stabilen Und unterstützenden Familien- und Freundeskreis Emotionale Bindung Subjekt hat starke emotionale Bindung Zu ihrer Familie Besonders den Kindern Körperliche Fähigkeiten Subjekt scheint im guten körperlichen Zustand zu sein Und hat keine bekannten Einschränkungen Motivation Subjekt scheint zielstrebig Und motiviert zu sein Mit einer erfolgreichen Karriere Und dem Wunsch ihrer Familie Zu ernähren Zusammenfassung Basierend Auf den gesammelten Informationen Er scheint Alyssa Barker Keine geeignete Kandidatin Für das Erinnerung Tauschexperiment Zu sein Ihre starke emotionale Bindung Zu ihrer Familie Gehört das Erhöhtes Risiko Auf Erinnerungsreste Und ihr Stabiles Privat- Und Berufsleben Deutet auf weitere Zugehörigkeiten Die den Risikofaktor Ihrer Einladung Erhöhen Obwohl ihre Kognitiven Fähigkeiten Sie zu einem Spannenden Subjekt Für sehr technische Komplexe Erinnerungen Machen Erscheint das Risiko Dennoch zu hoch Weitere Forschungen Sind nötig Um einzugrenzen Ob man Eine passende Kandidatin Machen könnte Okay Clint Edwards Männlich Arbeitslos Highschool Abschluss Einkommen Keins WG in der Innenstadt Hintergründe Clint Edwards Wuchs mit einem Alleinziehenden Elternteil auf Und hatte ein ganzes Leben lang Finanzielle Schwierigkeiten Er beendete Highschool Beendete die Highschool Aber schlug Keinen weiteren Bildungs- oder Ausbildungsweg ein Derzeit lebt er mit Zwei weiteren Mitbewohnern In einer WG in der Innenstadt Einschätzung Soziale Kontakte Subjekt hat einen Sehr kleinen Freundeskreis Und eingeschränkte Kontakte zur Familie Emotionale Bindungen Keine bekannten Emotionalen Bindungen Sind beim Subjekt Bekannt Körperliche Fähigkeiten Subjekt ist im guten körperlichen Zustand Zu sein und hat Keine bekannten Einschränkungen Motivation Subjekt zeigt Zu wenig Motivation Interesse daran Weitere Bildung Oder eine Anstellung Anzustreben Finanzielle Nöten Sind ihm bekannt Und er verletzt sich Auf die Hilfe von Freunden und Familie Zusammenfassung Basierend auf den Gesammelten Informationen Erscheint Clint Edwards Ein geeigneter Kandidat Für das Erinnerungstausche Experiment zu sein Die Lebenserfahrung Und emotionale Bindung Des Subjekts Stellt kein großes Risiko für Erinnerungsreste dar Seine geringe Motivation Und schlechte Finanzielle Situation Suggeriert einen Vorteilhaften Geisteszustand Für das Verfahren Die kleine Anzahl Soziale Kontakte Macht eine Einladung Sehr wahrscheinlich Okay letzter Hier schon wieder Liam Kenley Designiertes Subjekt 07 Okay das war Das war Scouting Und das ist jetzt Schon Während den Arbeiten Der Taschenrecher Funktioniert ja Klingt auch wieder so Als würden sie Die Erinnerung erfinden Die sie uns eintauschen Oder Überwachungsprotokoll 86 Beobachtung 9.15 Subjekt erwachte Und hatte anscheinend Einen schlechten Traum Details zum Traum Sind unklar Kein Anzeichen dafür Dass dies mit einem Erinnerungsrest zusammenhängt 11.30 Uhr Subjekt verhielt sich Seltsam in einem Verbindungsflur Das Wartungsteam Schaut sich das Nach der Schicht mal an Immer noch keine Anzeichen für Erinnerungsreste 12.44 Uhr Wahrnehmungsdurchbruch Hätte bereits Eintreten müssen Aber Subjekt zeigt Weniger Zeichen Als normal Als normal Zu dem Stadium Des Zyklus Auf 3.00 Uhr Merkwürdiges Verhalten Des Subjekts hält an Verfrühter Abbruch Des Zyklus Das empfohlen Okay I guess Da ist dann was Schiefgelaufen Mit dem Liam Der wir vielleicht sind Aber Also ich glaube Es gibt keinen Wolter Sie schreiben ja Bei der Frau Sie könnte da Komplexen Shit machen Das klingt so Als würden sie sich Das aus dem Arsch ziehen Ja aber es heißt Erinnerungstausch Aber das heißt Wenn wir gerade Jemanden hier spielen Der hier durchläuft Und das hier sieht Was hier passiert ist Und er Gerade auch In seinen Erinnerungen Hatte Dass er geschossen hatte Dass er irgendwie Eine Mauer Aufgeschlagen hatte Das heißt Er hat das alles Mal getan Dann haben die Wieder eingefangen Zurückgesteckt Haben versucht Wieder seine Erinnerungen Umzuarbeiten Und er erinnert Erinnert sich Jetzt wieder An alles Und kommt Wieder zurück Ja aber du kannst Die Erinnerungen Ja austauschen Mit neuen Das heißt Nicht dass da Ein Mensch Am anderen Ende Sein muss Das Slogan von der Kooperation Ist doch auch Neue Erinnerungen machen Also meinst du quasi Wenn du irgendwie Ein scheiß Leben Hattest Gehst du hin Und sagst Yo Macht mal Gebt mir mal Andere Erinnerungen Und dann Konstruieren die Irgendwas Aber Es klingt halt so Als wäre das Irgendwie alles Illegal hier Also wie Wie sie halt Dieses Scouting Machen Und so Das klingt halt so Als würden die Halt die Leute Gegen deren Willen Mit denen das Machen What do they do With all this data Survive the apocalypse Ja ok Gut das Ding Eine Werbung Für fast food Das war Zwei Personen Im Körper Stecken Hat echt wenig Charakter Oder dass sie Versprechen Neue Erinnerungen Zu geben Aber dafür Tauschen sie Nur aus Die Unwilligen Bekommen halt Die Ungewünschten Erinnerungen Sie wollten ja auch Die menschliche Lebensenergie Abtragen Glaubt dass der Körper sich Nicht mal An sein altes Leben zurück Erinnert Weshalb Ja jetzt Walter ist Ja aber wir Haben ja diese Erinnerungen An Liam Kenley Gehabt Mit den Chinatown Und sowas Oder Diese Zirkusfamilie Ist die Familie aus Chinatown Und Walter Denkt Das ist seine Familie Und denkt Die heißen Martha Und Dory Subjekt 7 Liam Kenley Die anderen Sind alle Verstorben Hier Mary Hughes Lebt auch noch Alicia Smith Ok es sind mehrere Noch Ethan Holland Ok es sind mehrere noch am Leben Zyklus Zyklus Ich schau Zyklus Liam Kenley Schon im 87 Zyklus Weißt du Dass irgendwie 87 mal Irgendwie Einen Scheiß Durchläuft Bis das Irgendwie Mal sinkt Ist Oder so Die Einrichtung Befindet sich Derzeit Achso Das haben wir schon Ich wollte dir Bescheid Geben dass ich gerade Bei Haus 2 Ein paar Daten Aktualisiert habe Und Hannah war Nicht in ihrem Posten Sie hat sogar ihre Scheiß Waffe Auf den Tisch liegen lassen Ich glaube sie holt sich Kaffee oder so Will mir nicht ausmalen Was passieren könnte Wenn einer dieser Zugedröhnten Subjekte Ausbricht Und da liegt einfach Eine verdammte Waffe rum Du musst dringend Mit ihr sprechen Wenn ich sowas Nochmal sehe Muss ich einen Bericht Schreiben Ich weiß Ihr seht euch Steht euch nah Also sprich mit ihr Hey Pete Ich weiß nicht Ich weiß Ich weiß Ich hab's noch Schon mal gefragt Aber kannst du bitte Meine Pizzalieferschicht Diesen Monat übernehmen Ich hasse Direkten Kontakt Mit den Subjekten Und ich hasse Besonders Danach die Formulare Auszufüllen Ich übernehme Alles andere Für den Rest des Jahres Und besorge Jeden Tag Kaffee Ja wir wissen nicht Wie lange so ein Zyklus Sein kann Ich glaube sie Experimentieren darin Inwieweit sie Erinnerungen In einer Person Verändern können Austauschen können Hierzu Fangen sie Einfach Leute ein Und spielen An ihnen herum Das heißt aber nicht Dass es einen Walter gibt Und von der Person A zum Beispiel B gewechselt wird Ja das kann sein Nein Subjekt 7 Da 10 Uhr 15 Scheint sich an Streits Mit Martha zu erinnern In diesem Zyklus Brach das Unterbewusstsein Früher durch Durch als erwartet Neue Erinnerungsräume Scheinen den erwünschten Effekt erzielt zu haben 11 Uhr 30 Subjekt bemerkt die Unordnung in seinem Zimmer Die Wahrnehmung des Subjekts Scheint sich zu verschieben Um unsere geplanten Zimmerordnungen freizugeben Immer noch kein Anzeichen Auf Erinnerungsreste 1244 Erster wirklicher Wahrnehmungsdurchbruch Erfolgt im Badezimmer Braucht weitere Untersuchungen Aber scheint mit dem Vorhergehenden Zyklus Zu übereinstimmen 15 Uhr Subjekt konnte für Ca. 2 Minuten In Marfas Zimmer Nicht beobachtet werden Schien etwas in einer Zimmerecke zu suchen Ja das ist von 2003 Wie lange ist er hier? Subjekt 8 war jetzt Irgendwie so eine Mary Hughes Oder so ne? Ja steht ja 19.9 Uhr Subjekt hat lebhafte Träume Erhöhte Hirnaktivitäten Könnte während der REM Schlafphase beobachtet werden Inhalt der Träume bisher unbekannt 11 Uhr Subjekt möchte den naheliegenden Park besuchen Park Bühnenteile Konnte konfiguriert Und genutzt werden Das Subjekt Hat sich einen Entspannten Spaziergang Vorgestellt 12.30 Uhr Subjekt hat leichte Kopfschmerzen bekommen Die nach der Einnahme Die Medikamente Nachließen Subjekt weinte Beim Lesen eines Buches Gründe dafür Konnten nicht bestimmt werden Subjekt Bekam einen Plötzlichen Wutanfall Und warf Gegenstände Durch das Zimmer Eventueller Emotionale Durchbruch Festgestellt Subjekt konnte sich beruhigen Und verhielt sich weiterhin Normal Zusammenfassung Die Beobachtung von Subjekt 8 In diesem Zyklus Deutet darauf hin Dass Erinnerungstauschverfahren Auswirkungen auf das Unterbewusstsein des Subjekts hat Die lebhaften Träume Und Gefühls Ausbrüche Legen nahe Dass sich die eingepflanzten Erinnerungen In die Persönlichkeit des Subjekts Integrieren Der Parkbesuch des Subjekts Zeigt deutlich Dass die Immersion Durch unsere Bühnen So erfolgreich verläuft Wie erhofft Weitere Beobachtungen Und Forschungen Sind nötig Um die Ursache Der Emotionsausbrüche Zu ermitteln Und die Sicherheit des Subjekts Zu garantieren Desmond Desmond Miles Morgan Mills Zyklus 14 Subjekt zeigt Anzeichen Von Ruhlosigkeit Und Aufregung Puls ist erhöht Gründe sind derzeit unbekannt Subjekt zeigt Ungewöhnliches Verhalten Sie flüstert mit sich selbst Und wirkt erregt Sie berührt ständig Die Narbe an ihrem Knie Möglicherweise Erinnerungsreste Einleitung eines neuen Zyklus Ist empfohlen 15 Uhr Starke 15 PM Subjekt wurde bewusstlos Im Arbeitszimmer gefunden Rettungsteam wurde geschickt Aber es war bereits zu spät Subjekt wurde als verstorben erklärt Okay Hier wurde mies durchgeshootet Hey Pokada Wir haben immer Pillen geschluckt Am Anfang eines Zyklus Die Pillen Ja Waren halt die Die Medikamente hier Um die es hier geht Da ist noch eine rote Lampe Da ist noch eine rote Lampe Hier waren wir Irgendwo habe ich ein PC übersehen I guess Ah hier Digga die haben eine ganze Stadt gebaut Für die Zyklen Die haben mehrere Städte gebaut Was ist das denn für eine Organisation Warum die so viel Cash Hier ist der Zirkus Für Subjekt 7 Haben sie den Zirkus gebaut Leave war behind Moment Was stand hier Death in the circus Wait in secret The dark at sea Who is this about Da ist für Subjekt 34 mit dem Krieg Subjekt des Deserter Destroy documents Gets mission From another soldier When that one dies Direct access memory storage device Is this about I think Was This isn't Awesome Ja das mit dem Subjekt 34 Find ich gerade weird Also Versuchen sie jemanden Kriegserinnerungen Rein zu Also versuchen sie jemanden Kriegserinnerungen rein zu Rein zu ballern in sein Gehirn Oder sie los zu werden Aber wenn sie sie los werden wollen Jemand der 1944 im Krieg war Der wird ja vermutlich Nicht unbedingt mehr leben Oder Nicht mehr in einem Zustand sein Wo man das vielleicht noch Irgendwie ändern Wollen würde Dory Final Design Die gibt es gar nicht Dory gibt es gar nicht Junge jetzt lass mich doch lesen Spoiler doch nicht Ich hasse dieses game so sehr insane alter Liam Kenley Angaben zum Verfahren Das Verfahren war erfolgreich Messwerte fallen Alle in den gewünschten Bereichen Künstliche Erinnerungen wurden geprüft und angenommen Alte Erinnerungen wurden archiviert Archiviert Künstliche Erinnerungen Traumatischer Familienmord Diese Zirkusscheiße ist Künstlich Erster Zyklus 8.05 Subjekt erwacht und wirkt orientierungslos Er kann keine Informationen über ein bisheriges Leben abrufen 8.10 Dem Subjekt wurde das künstliche Haus aus dem erfundenen Familienhaus nachempfunden Wurde präsentiert Er erkennt und identifiziert das Haus als sein eigenes Dem entgeht jedoch der derzeitige Zustand des Hauses Das heißt aber Hey Juno Sieler Das heißt aber Das hier hat alles keinen Sinn und Zweck für den Patienten Das ist wirklich einfach nur Experimente Weil wieso solltest du Wieso solltest du einem Patienten eine eine traumatische Erinnerung einflößen Das ist ja wirklich einfach und wahrscheinlich nur Experimente 28.10 Subjekt findet das Foto seiner Frau und Tochter Martha und Dory Er erkennt sie als seine Familie und kann sich an grundlegende Informationen über sie erinnern Subjekt kann die traumatischen Teile seiner künstlichen Erinnerungen nicht abrufen Subjekt sucht nach seiner Frau und Tochter ihm aus Ja das war das Anfang des Spiels was wir gespielt haben Das war der erste Zyklus Das Unterbewusstsein des Subjekts scheint seine Wahrnehmung drastisch zu verändern um der künstlichen Erinnerungen ohne die traumatischen Teile zu entsprechen Erste Schlussfolgerung Das Erinnerungstausch Verfahren hat erfolgreich künstliche Erinnerungen in das Gedäcknis des Subjekts implementiert Weitere Beobachtungen zeigen zeigten die mögliche Unterdrückung einiger Teile dieser Erinnerungen aber keine Anzeichen auf die Existenz alter Erinnerungen Die Wahrnehmung des Subjekts ist verändert um das Unterdrücken der Erinnerungen zu unterstützen Ja die haben halt wirklich einfach Leute gekippt naja sie könnten es so framen dass sie hier an Extremsituationen arbeiten mit Erinnerungen und mit diesem Wissen dann später zum Beispiel Traumapatienten helfen Ja aber das ist ja trotzdem also Versuch an Menschen ist ja illegal Jo Escape Gute Nacht Ciao ciao Wenn der erste Zyklus 2001 war dann sind wir schon 16 Jahre drin Ja so gesehen ja Wir sind ja gerade im 87. Zyklus gewesen wo wir ausgebrochen sind Das heißt diese ganzen Zyklen haben jetzt 16 Jahre gedauert wenn diese E-Mails aktuell sind Ich habe einen Änderungswunsch für die Tod im Zirkus Erinnerungen die derzeit bei Subjekt 07 benutzt wird Aufgrund der besonderen Begebenheiten mit diesem Subjekt wollen wir nichts unversucht lassen um die Erinnerungskompatibilität auszureizen Wir würden Martha daher gerne chinesische Wurzeln geben Ja deshalb sah die auf dem Foto so aus Zusätzlich Hintergrundrecherche deutet darauf hin dass dies für die Zeitepoche und den Zirkus Umgegnungen besser passt Außerdem gehen wir davon aus dass es sich für das Subjekt natürlicher anfühlt aufgrund seines letzten bekannten Fohnsitzes Ja Ich frage mich aber Ähm Als wir ganz am Anfang Ich habe ja die Fotos von Martha und Dory mir erst in einem späteren Zyklus angeschaut Ich frage mich ob das im ersten Zyklus ob die da anders noch aussahen auf den Fotos Wir erwarten eine Steigerung der Erinnerungsstabilität Das heißt jetzt habe ich es vergessen Ich dachte ihr hättet die alle gefixt Wir hatten Glück und es hat die Immersion nicht gebrochen Aber ihr solltet wirklich sicherstellen dass das nicht noch einmal passiert Ja es ist so ein Platzhaltertext aber das ist ja doch Latein das bedeutet ja was Das ist ja immer zum Beispiel wenn du bei Photoshop oder so eine Font ausprobierst dann steht der Malorum Dingens Hallo Kegi Bestoff Das hat keine Bedeutung Das ist kein Latein Pseudo-Latein Oh Scheiße Wir haben eine dringende Anfrage an Ihr Team Um die nächste Finanzierungsphase zu sichern müssen wir uns für unseren ersten Test außerhalb der Einrichtung vorbereiten Details zu ausgewählten Zielpersonen werden später folgen Die geprägte Erinnerungen muss den echten Erinnerungen nachgeahmt werden Informationen dazu werden bereitgestellt Die einzige Veränderung soll eine kleine Anpassung sein die auch nach langer Zeit noch nachprüfbar ist Die Einzelheiten dieser Anpassungen sind Ihnen überlassen Aber behalten Sie im Hinterkopf dass diese Erinnerungen außerhalb unserer Einrichtung getestet wird Stabilität und Sicherheit haben oberste Priorität Na klar bleibt es dabei Ich muss nur noch Urlaub für das Wochenende nehmen aber das sollte kein Problem darstellen Und ja, wir haben hier auch diese seltsamen Wünsche Unsere Forschungsleiter ist besessen von logischer Beständigkeit Wenn Sie den kleinsten Logikfehler entdecken löschen Sie die gesamte Erinnerung und wir dürfen wieder von vorne anfangen Ich schätze, Sie wollten halt alles genau testen und wir sollten nicht zu viel darüber nachdenken Aber ich weiß auch nicht zu 100% ob die immer wissen, was sie tun Kannst kaum erwarten, dich zu sehen, Michelle Das war eine Antwort auf Ich wollte sicher gehen, dass es beim nächsten Monat bleibt Ich habe gerade das Hotel gebucht Ich werde vom 10. bis 12. da sein Ich würde dich super gerne sehen aber kannst echt kaum erwarten, aus diesem verdammten Staat zu kommen Und ich wollte dich was fragen Sind die Forscher in deiner Einrichtung so merkwürdig? Ich wurde gerade gefragt, deinen technischen Hintergrund in einer Erinnerung zu ändern weil es besser in die Zeitabhauche passt Und das ist so klischeehaft Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Erinnerung irgendwie glaubwürdiger macht Aber ich schätze, Sie haben die Daten dafür Naja, was auch immer Ist das Ziel, echte Erinnerungen zu tauschen? Ja, die versuchen künstliche Erinnerungen Äh Mit künstlichen Erinnerungen die echten Erinnerungen zu überschreiben Lockdown Ist inzwischen alles okay? Weil du nicht aufgetaucht bist habe ich versucht, dich zu erreichen aber dein Telefon leitet mich direkt zur Mailbox weiter Ist alles in Ordnung? Ist irgendwas passiert? Oh, scheiße Habe ich schon gemacht So, jetzt können wir durch die Mitte gehen Ich habe schon gesehen, was ich schon gesehen Aber wenn er das hier jetzt durchläuft Und er erinnert sich an das, was er hier sieht Und wie gesagt, er hat ja sich auch erinnert Dass er die Wand eingeschlagen hat Er erinnert sich daran, dass er Jemanden erschossen hat Also dass wir hier rumlaufen In diesem Gebäude Ist vielleicht auch nur ein Teil des Zyklus Oh, okay, jetzt bin ich ganz anders Eine ganz andere Wohnung Ist das die Wohnung von Liam? Ja, vielleicht ist das ja auch alles davon Vielleicht gibt es so ein So ein Nee, das gibt es ja keinen Sinn Kenny, ja Wir spielen jetzt wirklich Liam Kenny Oder seine Erinnerung spielen wir Ja, ja, ich versuche Oh, ich bin nicht sicher, wie lange ich hier stehe Vielleicht ist das Ist nicht hier von echt Ja, aber das mit dem Erinnerungstausch Erinnerungstausch muss ja echt sein Sonst ergibt das ja alles keinen Sinn Hm, ich habe vergessen, dass das hier Es wird warten Sudoku Sehr geehrte, Mr. Kenley Ihr 2001 Honda Civic mit dem Kennzeichen Ken i1757 wurde aufgrund ihrer ausstehenden und oder verspäteten Zahlungen für ihren Autokredit zurück in Besitz genommen Wer wiederholt versucht sie zu erreichen, leider ohne Rückmeldung Ihr Fahrzeug wird auf einer Auktion versteigert, um den fehlenden Betrag ihres Kredits zu tilgen Dann zahlen sie umgehend einen weiteren Schaden an ihren Krediten Äh, das ist jetzt 2001 Das ist bevor er gekipnappt wird, ne Vielleicht erleben wir jetzt das Kipnappen Er erinnert sich jetzt an das Kipnappen Wo ist denn kalte Pizza disgusting? Halt die Schnauze Ähm Hier Er hat so eine Box bekommen Das hier hat er bekommen Da ist das Symbol Er hat von ihnen das zugeschickt bekommen Da kommt jetzt irgendwie so Gas raus und er schläft ein Und dann kommen die ihn holen Der erste Kannst du uns finden? $1,000 für jeden Mitarbeiter Und dann noch nicht sicher, ob das es ein bisschen was Aber Mann Ein Geld wäre nett Es sieht wie eine Art Puzzle Box Es sieht wie eine Art Puzzle Box Es sollte nicht schwer sein für mich Es ist schwer 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 Das ist so eine Rätselbox. Ich kann ein Stück Papier sehen. Sieht preisig. Okay, da oben sind noch Knöpfe. Dann kommen die unten raus. Ich kann die wieder reindrücken. Sieht stecken. Okay, ich check die mal nach unten. Das klingt, wie etwas passiert. Sieht stecken. Okay, doch nicht. Ich dachte, ich habe es jetzt aufgemacht dadurch. Irgendwas ist doch passiert. Ah, ich kann auch noch seitlich drehen. Da ist ein strange Schlüssel drin. Okay. Okay. Something flat needs to be inserted here. Äh. Sieht sich fest. Äh. Meinst du eigentlich, dass es klemmt? Ah, das habe ich aufgemacht. Ein Translucent-Disk mit irgendwelchen Symbolen im Mittwoch. Meuuu. Meuuu. Ah, den Schlüssel kann ich hier wahrscheinlich reinstecken, oder? Was ist das für eine wilde Box, alter? Wieso kann ich in diesen Dingern hier drehen? Also wir haben jetzt an jeder Seite sich hier Symbole. Und diese Symbole haben wir ja auch hier. Seems stuck. Aber was sollen die uns sagen? Also die 1, das ist die zweite Seite. Auf der zweiten Seite ist das Kreis. Also denke ich mal, kommt hier dann Kreis hin? Bei 1 ist Dreieck, weil es hier ist Dreieck. 3 ist Kreis. Oh. Seems stuck. Seems stuck. Oh mein Gott, bitte. Ja gut, bei den anderen wissen wir halt nicht, ne? Äh, wieso sind hier denn zwei Symbole? Ach, das soll eine 5 sein. VW5. Oh mein Gott, bitte. Snap doch. Ich will den in der Mitte snappen. Oh mein Gott, bitte. So. Jetzt fehlt uns 4 und 6. Ähm, ja, was ist das hier für eine Seite? Auf jeden Fall, eine Seite ist auf jeden Fall ein Dreieck. Da sind wir die 4 oder die 6. Ist diese Seite hier. Da kommt ein Dreieck. Ich meine, wir können theoretisch auf Dreieck setzen lassen und dann einmal durchgehen. dann gehen wir hier wieder auf Dreieck und dann gehen wir mit der 4 durch. Ja. Noch eine durchdichtige Dix. Dix. Seems stuck. So. Das ist so, wie es sich passiert. Gab es vorsehen richtig? Ah, hier hätten wir jetzt die 6 gehabt. okay dann kann ich die bestimmt jetzt da alle reinschieben so und jetzt kann ich hier was drehen ja ich habe keine aus dem muster wir machen müssen das firmen logo ach so moment da ist der karton das heißt dass eine muss so sein das andere muss so sein und wie drehe ich jetzt das hintere oder wir müssen uns an das hintere anpassen und das hintere bleibt fest das ist das logo vielleicht brauchen wir jetzt noch eine batterie haben wir eine batterie irgendwo hier rumliegen alles gut oh tatsächlich hast recht das ist an muss ich das noch an machen ach da oben kommt noch eine batterie rein ich brauche noch eine habt ihr noch irgendwo eine gesehen einfach wimmelbild spielen fernbedienung wo hast du eine fernbedienung gesehen das ist einfach wimmelbild keine ahnung was ist mit der uhr das ist einfach drei identische spiegeleier und hat keins davon gegessen halt wirklich moment das liegt doch daneben oder nee das ist keine batterie das ist ein anzünder ein feuer feuerstock bin 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 sie feuerzeug oh mein gott nimm sie aus dem bauch melder ich habe keinen fern mir fehlt eine batterie oh mein gott seri yo was geht bei dir du süßer schnuckliger hase was geht ab man wir spielen hier gerade ein wimmelbildspiel könnt ihr uns helfen eine batterie zu finden irgendwo liegt hier eine batterie rum in diesem dreckshaufen du wolltest dich nicht erschrecken hast du was geht ab raiders ok ich habe es gefunden danke raid ohne euch hätten wir es nicht geschafft ich habe die ganze zeit schon suche ich schon ihr seid da und ich finde es instant das ist wirklich eine falle ne die schicken hier so eine scheiß box zu war das nicht so bei ähm glass onion auch so dieser film mit dem james borns schauspieler da kriegen sie eine box und müssen diese box lösen und wenn sie sie lösen dann nehmen sie an diesem spielteil bei squid game ne bei squid game ist er doch nur hat er dann einfach nur ein ticket gegeben und dann haben die irgendwie das auf den boden die ganze zeit geworfen und dann muss er sich irgendwie das drehen oder so oder ja es ist ne es ist wie bei glass onion mit diesem rätselbox äh aber der outcome ist wie bei squid game und zwar dass du dann gefangen genommen wirst bei den äh bei anderen bei squid game gab es ein spiel ich weiß nicht mehr ich kann mich nur an diese stelle erinnern wo die am bahnhof stehen und dieses ding die ganze zeit werfen dass es sich dann so drehen muss oder so ja diesen laden haben wir gesehen in den träumen diese straße haben wir in den träumen gesehen hab tainted lost freigeschaltet du legende du bist ja viel zu krass ich sollte nur noch einen anderen job was mache ich denn noch mal das ist wahrscheinlich ein kind of scam oder? Walter einfach ein squid vielleicht ein kid ja hier waren wir auch drin vielleicht werde ich etwas in der back alley ähm und man kann immer noch nicht sich was zu essen bestellen hier arbeitet auch weder in den träumen noch in der realität jemand Pause hier hat jemand was gegamed was fasst du mich an wäre halt super misstrauisch und würde einfach wegwerfen naja der Typ ist ja momentan mega am Arsch wegen Cash er ist arbeitslos ihm wurde sein Auto gerade genommen er hat schon länger keine Miete mehr bezahlt er braucht halt das Geld dringend ne und da ist diese Telefonbox die wir immer in den Träumen gesehen haben wahrscheinlich weil er wenn er jetzt da dran geht kommt jemand von hinten oder so und bap haut er ihn um oder aus dem Hörer kommt jetzt Schlafgas das ist wieder ein Rätsel ist Walter so eine Fusion aus verschiedenen Menschen ne Walter ist eine fiktive Erinnerung die in Liam Kenley eingeflößt wurde ok wir haben da unten Symbole eine Sanduhr eine Krone ein Mond ich kann meine Kamera nicht drehen oder doch bei der Sonne ist eine 4 bei der Krone ist eine 1 beim Peak ist eine 2 oh mein Gott du mieses Schwein Mond ist 8 7 ist Sanduhr Stern ist 2 also wir müssen 7 7 1 8 dialen 1 14 14 15 16 15 16 17 19 20 20 20 20 was los wegen der puppe du musst doch drehen es geht nicht kann ich drehen aber doch geht okay yooo secret room yooo nice base er sagt die nummern ja ohne ihn könnte ich das nicht jen sie könnte es rätselig lösen wissen nicht wie so ein telefon funktioniert fit what you seek was suchen wir denn find what you seek was suchen wir chat here are you going where are you going 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 where are you going where 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 are you going going this door looks a bit out of place okay wir sind drin kammer 3 also 1000 euro ist echt geil money und würde mir auch echt viel bringen in meinem leben ne aber ab dem punkt okay gut ich wollte sagen ab dem punkt würde ich vielleicht doch sagen das ist mir 1000 euro nicht wert aber ich glaube ich komme nicht mehr raus scheiße ich komm doch nicht mehr raus verdammt ja ok diese kammer hier können wir die musik wieder haben x monsterram dankeschön für 38 monate mittlerweile dankeschön just one last test the start timer okay erst jetzt ja erst jetzt also davor war das doch okay ein bisschen rätsel lösen irgendwo hinlaufen in irgendeine foto ding jetzt hätte ich gedacht das ist vielleicht irgend so ein irgend so ein ähm ähm spiel von joko und klas oder so okay let's go what the fuck is this ja so wurde gefangen genommen also ist auf jeden fall heili illegal ach das ist die kammer hier wir sind in die kammer hier reingelaufen und dann ist er hier umgefallen ja das ist die kammer hier hier hat er sich an alles erinnert und hier ist der ausgang hast du einen schlüssel für mich bruder ne ich konnte auf dem schreibtisch nichts anklicken aber jetzt gehe ich dann wieder zurück oder noch mehr puzzle er fühlt sich wie ich wenn ich nach einem traum aufwache wo ich komplettes leben durchlebt habe solche träume hast du hier sind die boxen die wir auch vorhin kurz gesehen hatten für irgendwie so zwei drei frames sind ja aufgeploppt also könnte man sagen Martha ist dead Martha hat noch nie gelebt stromausfall stromausfall fehlercode 0043 stromkondensator fehlt scheiße äh kann ich guten geräusch nachmachen für von türen oh oh but it's not working one of these things is broken now i just need to find a replacement blablabla 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 viel schlimmer dass emma nicht real war stimmt ich find's lustig wie der größte jumpscam spiel immer noch ein fucking elefant war immer wundervoll ja ich bin dabei suche eine taschenlampe oder ein weiteres ladegerät batterie akku schwanz in meinem gesicht denn manche komme ich auch nicht weiter die dicke hand sie war auch nicht real hier ist doch einer da die ist gut da war doch gerade ein hand symbol nicht da das ist ein komisches geräusch schweinegrunzen oder so für mich war der größte die scheißpuppe an der telefonzelle junge waffel vorher haben die das ganze geld her dass irgendeine illegale organisation er hat die maschine schon benutzt das ding fährt dann runter man stellt sich hierhin das ding fährt runter und hebt dich mit hoch oder so und nimmt dich weg steckt da jemand gerade drin weil hier so ein gehirn foto ist nein was genau das ziel fliehen die flucht ist das ziel ich dachte wir kriegen jetzt eine waffe und jetzt kommt gameplay ja das dachte ich mir ja schon aber wo ist jetzt die id card ja wieso er noch hier ist das müssen wir noch herausfinden er hat alle abgeknallt und ist aber dann wieder im zyklus gewesen wieso war er wieder im zyklus vielleicht rückfällig geworden er war für einen kurzen moment wie der liam hat festgestellt wird hier festgehalten hat versucht zu fliehen und hat währenddessen dann vielleicht wieder ist wieder zurück in in walter verfallen ich glaube nicht dass er alle abgeknallt hat er war doch oh mächtig während seiner aufnahme oh chat ach du scheiße da ist noch ne bock chat 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 was ist wenn der wahre culprit der wahre täter irgendwie die leute abgeknallt hat und dann liam diese künstlichen erinnerungen eingeflößt hat damit liam denkt er hat alle umgebracht das ist ja schon gemein ja ich wurde beauftragt die todesursache feuriger testobjekte zu erforschen subjekt 2 und 3 sind beide an gehirnblutungen verstorben die beobachtungsberichte zeigen auf dass bei beiden subjekten alte erinnerungen zurückgekehrt sind während noch immer die vollständigen geprägten erinnerungen eingeschweig eingespeichert waren halt doch deine dumme scheiß fresse walter ich hasse dich dieses dumme drecks game lass mich doch lesen spoilern wir doch nicht den scheiß text wenn dann ließ sie doch ganz vor anstelle nur so einzelne passagen oh mein gott dann ließ sie doch ganz vor was ist das wer hat sich gedacht beim spiele machen dass das eine smarte idee wäre subjekt 2 und 3 sind beide gehirnblutungen verstorben die beobachtungsberichte zeigen auf dass bei beiden subjekten alte erinnerungen zurückgekehrt sind während noch immer die vollständigen geprägten erinnerungen eingespeichert waren die ersten anzeichen dieses phänomens waren heftige kopfschmerzen die an häufigkeit und stärke zunahmen beide subjekte wurden auf daraufhin intensiv überwacht aber sie starben kurze zeit später ein hirnscan während der obduktion zeigte stark entzündetes hirngewebe es wird vermutet dass zwei paar erinnerungen zeitgleich im kopf des gehirns zu stark unter stress setzen die beobachteten folgen weisen auf das potenzial bisher unbekannter risiken im zusammenhang mit gedächtnisprägung hin wir weisen darauf hin dass es nach nach nur zwei fällen schwer ist die faktoren und ursachen die zu diesem phänomen führen akkurat zu bestimmen weitere forschungen sind nötig basierend auf den ersten resultaten ist es zu empfehlen bereits bei den ersten anzeichen zurückgekehrter erinnerungsreste gegenmaßnahmen zu starten also du nimmst diesen scheiß zettel wo ein text steht und bevor du überhaupt diesen text lesen kannst reagiert er schon auf den text und dann legst du den text weg und er reagiert nochmal auf den text digga was ist dieses game wer macht sowas 2005 äh ian das sind hervorragende nachrichten ich wusste sie und ihr team schaffen es wir blicken in der tat auf eine grandiose zukunft treffen sie mich bitte nächste woche im hauptsitz dann können wir die nächsten schritte des projekts besprechen mit stolz teile ich ihnen mit dass wir erfolgreich unsere erste test erinnerungen implementiert haben der freiwillige konnte sich auf anfrage an unsere kontrollzahlen erinnern ohne dass wir sie ihm je mitgeteilt haben das verfahren verlief ohne probleme und seine organe funktionieren wie geplant sowohl er als auch wir können die weiteren tests kaum erwarten unserem kenntnisstand nach sind wir die ersten weltweit die menschliche erinnerungen mit gewünschten informationen verändert haben offensichtlich haben wir noch einen langen weg vor uns aber die implikationen sind erstaunlich ich kann kaum mehr ahnen wie sehr unser verfahren die medizinische landschaft revolutionieren kann theoretisch ist damit möglich die meisten neurokognitiven störungen zu behandeln diese technologie könnte auch therapeutisch eingesetzt werden wir setzen unsere arbeit fort und können die erweiterten weiteren test bereits nächste woche ansetzen sie erhalten einen detaillierten bericht in den kommenden tagen vielen dank für diese hinweise wir werden uns darum kümmern ich bin mir nicht sicher ob sie die richtige ansprechperson sind brandon lee ein mitglied meines forschungsteams deutete darauf hin kündigen zu wollen es hat wohl etwas mit seiner familie zu tun ich habe mein team auf die firmenpolitik bezüglich vorzeitige kündigung hingewiesen aber ich muss betonen dass brandon ein sehr verlässlicher mitarbeiter und ein wichtiges mitglied des teams ist aufgrund dessen bin ich unsicher wie ich verfahren soll ja lockdown ich hoffe es geht ihnen gut ich habe fantastische neugierig zum projekt ich hatte gerade ein meeting mit einem hohen tier in der regierung ich darf die identität nicht preisgeben aber die person sprach große interesse an bestimmten anwendungen unseres projekts aus mit ihrer hilfe hätten wir mehr finanzierungen gesichert als wir je benötigen würden es wäre sogar möglich mich einem kontakt aus dem militär vorzustellen aber damit das alles klappen kann müssen wir endlich den letzten schritt unternehmen sie wollen bestätigte anwendungsfälle außerhalb der einrichtung ein subjekt wurde bereits gesichert und genauere dokumente sind auf dem weg zu ihnen bitte leiten sie alles nötige in die wege um diese test so schnell wie möglich zu starten ja daher haben sie das geld ne er reagiert auf jeden fall ja er regiert zu viel ich verstehe auch nicht dieses design dahinter was wirklich die idee war du findest ein dokument und bevor du es lesen kannst nuschelt er ein paar texte ein paar wörter aus diesem text vor reagiert darauf bevor du es überhaupt lesen kannst wenn er das wenigstens ganz vorlesen würde und dabei reagieren würde aber nee es gibt ja einfach die hälfte was ist das denn okay wir müssen erst unser gehirn fixen weil wir gerade gelesen haben wird zwei erinnerungen drin sind in deinem gehirn dass das irgendwann zu viel zu viel stress zeugt und man an gehirnblutungen stirbt also will er jetzt versuchen diese gedanken dieser diesen wollte wahrscheinlich aus seinem gehirn zu löschen und wahrscheinlich hat er das schon mal gemacht deshalb ist er gerade wieder hier und deshalb sind alle tot und beim versuch den wolter zu löschen ist er irgendwie wieder hat aber was vielleicht was falsch gemacht ist wieder zurück in die zyklen gelandet so wie aktiviere ich das ding hier wie aktiviere ich der gerät die einfachste lösung wäre er reagiert erst darauf wenn ich diesen text wieder schließe wenn du einen papier zettel aufsammelst hält er die fresse du legst den text weg er fängt an zu reden so wie es halt normalerweise spiele machen er darf ja reagieren drauf aber was soll das mittendrin das haben wir schon mal in einem anderen spiel auch jemandem stream gab das war auch so fucking trigger wie benutze ich jetzt das gerät das lerne daraus nicht zu viel lernen sonst zu viel im kopf und wir sterben genau wie benutze ich jetzt das gerät hier ich kann mit dem ding hier nicht interagieren der stromcomputer hat ja nur den strom angemacht ja ich wollte ja daraus gehen aber sagt bevor er geht muss er halt sein gehirn wieder reparieren sonst stirbt er ja jetzt kann man was du auch du ich du ich What am I doing here? Edsoft? Drei Geschichten, Tod im Zirkus, ja, da sind wir, wir, Subjekt, wir sind Subjekt 7, Vorgang einrichten. Warte mal, ich denke, ich muss diese Modulen aufsetzen. Okay. Ein Disk Drive. Erinnerungs-Disk 1. Wo schiebe ich das Gerät jetzt rein? Hier nicht. Ich meine, es ist realistisch. Ja, ich weiß nicht, man. In so einer Anlage, wo man mit sowas Gefährlichem, Illegalem arbeitet, das Passwort einfach so da liegen zu lassen, ja, ich weiß ja nicht, Digga. Da hinten. Du hast immer irgendwo eine Pfeife, die ihr Passwort auf dem Post-it an dem Monitor klebt. Oh. 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 Oh, this is bad. Oh. 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 Starke Rätsel. Äh, es ist zu. Es ist zu. Es sieht aus, dass du etwas in die Karte einsetzen kannst. Kann man da nichts reinstecken. Müssen wir erst finden, irgendwas zum reinstecken. Kann ich OK nicht drücken? Ist falsch. Ja, ich habe eine Disc eingesammelt, aber ich kann sie da nicht reinstecken. Ich kann OK nicht drücken. Ich vertraue mir dieses Vorgang gegen 205 Prozent. Ich schaffe das schon, ich bin Profi. Ich mache das schon, OK? Keine Sorge. Ja, da fehlt uns noch irgendwas. Und hier muss ich wahrscheinlich die richtige Kombination eingeben, ne? Oder alles aus. Ich kann nicht OK drücken. Ja, schauen wir noch mal ein paar Clues. So langsam werden die Rätsel immer schwieriger. Hm. Hm. Nur woran liegt es jetzt? Schon wieder so, UI schon wieder so buggy, dass du kaum auf OK-Knopf kommst? Oder musst du wirklich noch was tun? Ähm, könnte beides sein. Ich kann gleich nochmal versuchen. Ich sehe verschwommen. Ne, das liegt am Spiel. Er kriegt irgendwie so gerade Kopfschmerzen. Und das Bild wird immer verschwommener. Und der Rand wird immer röter. Vielleicht meinst du das? Hier ist auch nichts. Okay, gute Nacht. Hm. 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 Es gibt gar nichts in diesem Raum. Soll ich nochmal... Ich kann das mitnehmen? Oh. Oh. Was nehmen wir denn mit? Digger, sehe ich aus wie ein Arzt oder was? Trimethoxylamptamine. N-Acetol-Paminophenyl. Das klingt richtig, als würde es mega reindonnern. Das kommt bestimmt hier rein. Yeah. Okay, ist die falsche. Okay, dann testen wir mal durch, ne? Okay, ist die falsche. Oh. Zum Glück ist da ein Lämpchen, das mir sagt, dass es falsch ist. Sonst, keine Ahnung. Vielleicht ist in einem dieser Fläschchen irgendwie... ...ne fiktive Erinnerung von so einem Esel oder so. Und auf einmal bin ich da ein Esel. Aha. Oh, bitte, lass das funktionieren. Ja, jetzt fehlt uns nur noch ein Modul. Ja, uns fehlt nur noch dieses eine Modul. Genötigt die Konfiguration. Können wir mal versuchen. Vielleicht ist es wirklich irgendwie so ein bisschen buggy, das UI. Ne. Ja, aber bei dem, bei dem, bei dem Hirnbild... Ah, hier ist es. Da ist es. Was sind wir denn? Sind wir A, B, C, D im Gehirn? Welches Gehirn haben wir denn? Wir nehmen mal das A-Gehirn. Besteht für Alpha. 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 Da unten, die drei. Da unten, die drei. War das so? Ich habe es vergessen. Okay. Nicht? Die zwei vielleicht noch weg? Geht nicht. Vielleicht sind wir dein Gehirn B? Ne, ich kann... Power Reset kann ich die gar nicht drücken auf der Seite. Da passiert gar nichts. B für... Wie für Liam, ja. Mehr, die sich Dinge merken können. Okay, es war B. Bitte starte die Procedure. Wir starten auf dem Monitor, dass ich B brauche. Habe ich gar nicht gesehen. Let's go! Wir starten den Zyklus wieder von Neu. Ja, Jay. Freitags. Heute. Diesmal die Memories von Emma. Töre! Und das Ding geht jetzt jetzt voll in die Nase rein. Hier hat das Spiel angefangen. Das war das Intro Jetzt brennt alles nieder Alle Erinnerungen brennen wieder Benjamin? Benjamin Blümchen? Und let's go Chad, wir sind wieder am Anfang des Zyklus Ui, Zyklus Nummer 88, let's go Oh, mein Kopf, ich fühle mich, als ob ich ein schlechter Nachtmacht hatte Oh, aber ich kann mich nicht erinnern Aber das ergibt Sinn, Chad, dann heißt es, als wir das Spiel gestartet hatten Und wir auch in diesem roten Wasser waren mit diesen fliegenden Objekten Das war quasi das letzte Mal, als er versucht hatte, sein Gehirn zu reparieren Bevor er alle abgeknallt hat Und dann hat er das gemacht und dann beginnt das Spiel Nur, dass wir jetzt genau dort wieder halt landen Dass es wieder nicht funktioniert, wahrscheinlich Es ist komplett der Anfang des Spiels Es kommt das Beben Oh, nein, 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 nein Ja, die war neu, die war nicht am Anfang da Soll halt wahrscheinlich nur zeigen, hey, du bist immer noch im Traum Er kann nicht hinkommen Vielleicht gibt es ein gutes Ende, wenn man alle Sammelobjekte sammelt Ich schau mal gleich auf YouTube Alter, Credits, die man nicht skippen kann Doch Okay, Kapitelauswahl Sammelobjekte Ich weiß nicht, kann sein, dass es ein Bad Ending ist Also fühlt sich an wie Bad Ending Man bleibt im Traum gefangen Und vielleicht gibt es wirklich ein Good Ending, wenn man alles sammelt Wie viel, wie viel, wie viel Vor allem, wieso ist das so wichtig? Es wird ja auch unten rechts angezeigt Die ganze Zeit Zwölf von, also Als wäre das so relevant irgendwie Ich schau mal kurz Ja, also Spiel Also Der Anfang war halt Also die erste Hälfte des Spiels Wo man halt dann diesen Zirkus gemacht hatte Die war halt Arschgenerisch Arschlangweilig Der Protagonist ist so eine insane Nervensäge Also den hätten sie wirklich 80% der Dialoge eigentlich streichen können Und das Spiel wäre schon dadurch automatisch viel, viel besser Wenn er halt die Fresse halten würde Dass er halt jede kleine dumme Scheiße kommentiert Mit seiner scheiß langweiligen monotonen Stimme Das war halt wirklich nervig Re-Whale Aber die zweite Hälfte hat mir gefallen Als man dann raus war aus diesem Scheiß Aus dieser Simulation Und dann Als man versucht hatte so eine kleine Mystery aufzubauen und so Das wiederum fand ich dann wieder einen netten Ansatz Das hätte vielleicht ein bisschen früher kommen können Aber ja, sie haben halt Leia Sophia Scheiß genommen Und wollten dann halt, ja Daraus so einen kleinen Twist noch machen Ähm Ne, das ist gequasselt Du kannst halt nur generell alle Stimmen ausmachen Aber ich will ja nicht Die wichtigen Dialoge ausschalten Ich will ja alles anhaben Äh, Re-Whale All Endings Gibt's All Endings? Oh, man kann hier schon sterben An den Kopfschmerzen, Leute Oder was? Ich glaube, das ist es für mich Ja At least this nightmare ends Hatte man auch erfahren, warum jetzt alle anderen gestorben sind? Ja, jetzt jedoch alle abgeknallt Okay, das ist jetzt das Escape Ending Oh, ich hab die Disc vergessen, Chat Das ist mein Problem gewesen Ich hab die, vergessen die Disc zu printen Hier, wir hatten das hier Stuck in a Dream Ending Ich hab die Disc ganz vergessen Die mussten wir doch irgendwo drucken Aber es gibt sogar noch mehr Also wir haben jetzt das letzte hier hinten Aber er hat jetzt hier ein Die Imprinting Disc Ending Und dann hier Good Life Disc Ah, okay Wahrscheinlich einmal eine Disc, die den Walter löscht Und eine Disc macht er sich Wo er sich nur gute Erinnerungen reinballert Wir haben es nicht vergessen Wir wollten noch einen Zyklus zusammenspielen Ja, jetzt gehen wirklich alle weg Bei mir gingen ja nicht alle Dinge kaputt Nur so am Anfangs Ein paar Dinge gehen kaputt Aber dann nicht bei ihm geht jetzt alles hier kaputt Ja, jetzt landet er wieder zurück Oh, feels weird I know I just removed the fake memories But I can't remember anything about them But what now? Oh, I still killed all these people Dieser Dialog Das ist scheiße Ja, man, der Protagon ist so insane scheiße Jetzt kommt Exit 8 Gameplay, ja, man Er ist jetzt im Treppenhaus gefangen Und muss jetzt Unterschiede finden Das Ding ist, wenn alle Die von dieser Scheiße hier wussten Alle hier drin waren Alle tot sind Dann ist er ja fein raus, wa? Let me just get out of here Let me get out of your fake alone, Digga I will make it easy for them again Ja, genau Legt euch nicht mit mir, Mann So So Legt euch nicht mit mir, Mann Okay, und jetzt kommt das Ending Wo Good Life Disc kommt Er hat sich wohl irgendwie Gute Erinnerungen auf die Disc geprintet Sprich Er macht sich jetzt wieder Fake Memories Ich weiß nicht, ob das so smart ist Wenn man schon so miese Erfahrungen mit diesem Gerät jetzt hatte Dass man sich jetzt nochmal Fake Memories macht Jetzt ist es ein Baum Fünf Mitgliedschaften auf YouTube verschenkt Alter, Ferdi, Anoni, Dankeschön Viel, vielen Dank Kuss an dich Dankeschön So funktioniert das nicht Nur weil er sich jetzt Fake Memories gemacht hat Hat er jetzt nicht plötzlich eine neue Familie Und plötzlich Geld und Job So funktioniert das nicht Ah, okay Ich glaube, die Fake Memories funktionieren auch nicht so gut Mary sieht nicht gesund aus Ist das scheiße Oh, die finden ihn sogar noch Die haben ihn gefunden Ja, und jetzt kommt unser Ending Ja Ja Also ja, das gute Ending ist dann quasi Die Fake Memories zu löschen Moment, hier ist noch ein Ending, Chad Just get out of here Ja, du spielst nicht so lange Okay, man muss da einfach die Tür mehrmals spammen Ich hab irgendwie nur zweimal gedrückt Aber so wird er doch jetzt auch nur sterben Das wird ihn ja auch nur umbringen Er muss die Fake Memories loswerden Sonst stirbt er Die Voicelands sind glaube ich sind die schlimmsten, die ich seit langem gehört habe Oh, sie waren nicht schuldig Oh, sie waren nicht schuldig Oh, sie waren nicht schuldig Ich bin sterben Oh, 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 oh shit Oh, shit, I'm dying Oh, shit, I'm dying Oh, shit, I'm dying Looks pricey Be dead Let me just get out of here Let me just get out of here Fuck alone, nigga Probably too much to ask Okay, er stirbt jetzt noch Also es ist quasi wie das Ending mit dem DM-Printing Nur dass er halt dann hier wahrscheinlich dann vielleicht nicht unbedingt jetzt an der Tür stirbt, aber wahrscheinlich innerhalb der nächsten Tage sterben wird Oh Mann Oh Mann Aber wir haben es nicht gespielt. I will make it easy for them again Also die zweite Hälfte war eigentlich ganz cool Also die Mystery aufzudecken Ich mag ja solche Mysteries und die war eigentlich ganz nett aufgebaut Aber ja, der erste Part ging leider viel zu lang Und er war viel zu generisch und viel zu Es war einfach wirklich Lairs of Fear Lairs of Fear all over again Sogar die scheiß beschissene Stimme haben sie auch aus Lairs of Fear Weil bei Lairs of Fear war die Stimme auch so kacke Und die Dialoge waren so mies geschrieben Hier war es halt Die haben es wirklich halt einfach versucht Lairs of Fear nochmal zu machen Aber dann haben sie versucht am Ende dem Ganzen irgendwie so einen kleinen Twist zu geben Der ganz nett war, aber Aber ja Overall habe ich es trotzdem enjoyed Es war auch nicht wirklich irgendwie spoopy oder so Atmosphäre war jetzt auch nicht wirklich irgendwie intens oder so Es war wirklich einfach Lairs of Fear again Wie schon Nett ist der kleine Bruder von Scheiße Ja, ist ne Ist ne solide 6 von 10 Ne, Outer Wilds will ich alleine für mich spielen Ist er mittelmäßig, ja Also das Einzige, was ich wahrscheinlich von diesem Spiel noch in meinem Kopf behalten werde Dass es am Ende den Twist gab mit den Erinnerungen Und alles andere werde ich wahrscheinlich verdrängen Und die Scheiß Dialoge War okay, wenn das ihr erstes Projekt war Ne, war es ja nicht Das ist nicht deren erstes Spiel Das ist deren erstes Horrorspiel Aber die haben schon mehrere Spiele gemacht Emma, ja Emma war die beste Stelle im Spiel Emma war wirklich die beste Stelle im Spiel Junge Das war super Und ich mein, so scheiße die Dialoge auch waren Es war halt lustig Aber ja Das ist halt immer so schwierig bei solchen Spielen Wenn du halt da super viele Dialoge reinmachst Du Läufst eigentlich immer Gefahr, dass es scheiße wird Wenn du das Spiel so dialog-heavy machst Dass der Charakter die ganze Zeit nur labert und labert Das kann nur Vor allem er labert ja nicht irgendwas Was ja irgendwie großartig die Story erweitert Sondern er kommentiert einfach das, was du siehst Und das Wenn du das in ein Spiel einbaust Dann kann es nur scheiße werden Die Dialoge werden dämlich und nervig Das kannst du halt Keine Ahnung Vor allem, das ist ja auch sogar ein Horrorspiel Es ist ja dann nicht mal irgendwie ein Spiel Was dich an der Hand Es muss dich ja nicht mal in der Hand nehmen Das ist ja ein lineares Spiel Wo du die ganze Zeit nur durch einen Schlauch läufst Und dann passieren die ganze Zeit irgendwelche Dinge Wie in der Geisterachterbahn Du brauchst ja nicht mal irgendwie Hilfe Dass er dir sagen muss Was du zu tun hast Wo du hingehen musst Er muss das ja nicht kommentieren Du musst nur Die W-Taste auf deiner Tastatur halten Mehr musst du ja nicht machen in dem Spiel Bis zur zweiten Hälfte Und trotzdem muss er alles kommentieren Und das ist halt so dumm Aber ja, was soll's War nur 6 von 10 Kann man mal spielen 20 Euro hat es mich gekostet W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W